Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Sendung hier bei Nuviso von Stoner, Frank und Frey und diesmal wirklich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Denn heute, auf diese Sendung freue ich mich wirklich, heute gibt es einen Kulturbeitrag. Es ist ja so, dass wir in einer Monokultur leben und darüber sprechen wir auch ganz oft über Weltbilder und wie eigentlich unsere Kultur entsteht. Und ganz oft, nicht nur wir, sondern generell Kollegen auch in freien Medien und so weiter, haben das ja schon oft gesehen, dass wir auch unter einer, dass diese Idee von einer eine Weltregierung auch eine eine Weltkultur bedeutet, auch eine Monokultur. Und der sind wir jetzt heute mehr denn je ausgesetzt. Diese Vielfalt der Kulturen scheint langsam so in den Hintergrund zu rücken. Und im Grunde genommen, wenn wir heute so unsere Kulturszene anschauen, die Dominanz, von dem aus Amerika kommt, Hollywood, das ist einfach überwältigend. Egal, ob ihr Netflix schaut oder was auch immer. Wir leben in einer Monokultur. Und es ist nicht nur so, dass die Kultur, die wir jetzt hier haben, stark dominiert ist eben von Amerika und von dem American Lifestyle, sondern das hat ja auch noch eine tiefere Ebene. Es ist letztens die Kultur, durch die Kultur wird auch ein Weltbild transportiert. Und das ist eben dieses materialistische Weltbild, dieses moderne Weltbild. Das ist vielleicht, was unsere Kultur prägt, die Moderne. Und mir geht's jetzt gar nicht so darum, irgendwie gegen die zu sein. Aber so als, es scheint mir, also meine Diagnose, es ist halt nicht im Gleichgewicht. Und um sozusagen jetzt zum Gleichgewicht wieder zu kommen, scheint mir die richtige Medizin zu sein, die Kultur zu stärken. Mir geht's gar nicht darum, das eine anzugreifen. Mir geht's darum, das andere zu stärken, ein bisschen was anderes auf die andere Seite der Waagschalt zu legen. Und deswegen habe ich heute hier ein Thema rausgesucht, was da ein ganz, ganz großes Potenzial dafür hat. Deswegen freue ich mich, wenn ihr eingeschaltet habt. Und jetzt lassen wir uns gemeinsam abtauchen in die geistige Welt, eines der größten Denker, den Europa hervorgebracht hat, einer der größten Literaten der Weltliteratur. Und wir werden sehen, das führt uns in Bereiche rein, die nicht nur jetzt irgendwie für Literaturfreaks aus 1900 spannend sind, sondern es geht um jetzt. Es geht um unsere heutige Zeit. Es ist einfach eine alternative Weltsicht. Und das ist die Welt von Fyodor Dostoevsky. Dostoevsky. Für mich wirklich der bedeutendste Schriftsteller, den es so gibt. Und wenn ich euch da jetzt einlade, dann gleich am Anfang. Hab keine Angst davor. Keine Angst vor Kultur. Hey, ich weiß, wie dasselbe ist. Bei mir war es früher so, als ich in der Schule war, ich war so eine rebellische oder bin so eine rebellische Natur auch, dass ich da in der Schule, ey, ich hab da immer Kontra gegeben. Weißt du, wenn, ich hab auch nur höchst ungern die Bücher gelesen, die mir im Unterricht vorgesetzt wurden, ob das im Deutschunterricht ist oder auf Englisch oder sonst wo. Ich hab mich da so weit wie es geht verweigert. Halt irgendwie schon durchkommen, aber ich hab das nicht gemacht. Aber als ich dann so, eigentlich in meinem letzten Schuljahr oder als ich so fertig war mit der Schule, da hab ich dann so einen Punkt gehabt, wo ich mir dachte, hey Frank, es gibt so viele Dinge, die du nicht weißt. Also ich hab so erkannt, wie wenig ich gebildet bin. Weil da hab ich mal ein richtig gutes Buch gelesen, das kann ich auch sagen, hab ich auch schon mal erzählt. Das war, glaube ich, von Umberto Eco war das, ja, das Foucault'sche Pendeln. Als ich das gelesen hab, da war ich 18, 19, da hab ich mir nachgedacht, wow, wie viele Dinge ich nicht weiß. Das ist schon krass. Also ich kann kaum das Buch verstehen. Und das war für mich so ein Anfang, so ein Wachrüttler, wo ich mir gedacht hab, ey, ich bilde mich jetzt einfach selbst. Ich mach das selbst. Und dann hab ich beschlossen so, ich lese jetzt einfach mal so Bücher. Bücher, die ich sonst nicht angefasst hätte, weil ich die irgendwie mit Schule assoziiert hätte. Und das war ja zum Beispiel so ein Dostoyevsky. Und tatsächlich dieses Buch hier, jetzt, ja genau, dieses hier, jetzt nicht genau das, das hab ich ja später wieder auf einem Flohmarkt gezogen, aber das war mein erstes Dostoyevsky-Buch, Schuld und Sühne. Und das hab ich gelesen, da war ich vielleicht so 20 oder 21. Und ich hab dann eben keine Angst vor Kultur, ey, lies halt einfach mal die Dinge so. Und hab dann sehr schnell gemerkt so, wow, wow, ey, das ist, das ist wirklich, das ist geistige Welt. Das ist nicht das, was Schule ist, sondern das ist, das ist wirklich geistige Welt. Und das ist sehr erhebend. Und da bekommt man total viel zurück, wenn man die Zeit investiert, solche Bücher mal zu lesen. Und habt keine Angst davor. Das ist, das sind Bücher, die sind, ihr könnt das verstehen. Das ist eine deutsche Sprache. Ich weiß manche von großen Literaturen, wenn ihr so Goethe oder Schiller liest, ist schwierig. Das ist manchmal so eine altmodische Sprache, versteht man nicht alles. Und glaubt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit zu Hause nur so schön geistige Literatur lese. Ey, ihr kennt mich, ich bin auch Rock'n'Roller und so. Aber hab keine Angst davor. Weißt du, das ist ein Buch, kann man lesen, kann man auch reinschauen und so. Und gerade die Welt von Dostoyevsky, die ist halt echt, die ist, die hat viel aufgemacht. Das ist das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und das ist mir damals so eingefahren. Ich war da jung, Anfang 20, vielleicht war ich auch schon 23, 24, genau, weiß ich nicht mehr. Aber ja, jetzt bin ich so drüber nach, das war in meinen Studentenzeiten. Und als ich das Buch gelesen habe, boah, das, da gab es nichts anders. Es war echt eine Woche, wo ich nur dieses Buch hatte. Ich bin morgens aufgewacht oder wann auch immer und hatte die ersten Gedanken schon wieder an dem Buch. Ich hab gelesen, hab's aber immer wieder weggelesen, weil ich auch immer, boah, ich muss erst mir das sacken lassen und darüber nachgedacht. Und dann hab's so mehr oder weniger eine Woche durchgezogen. Da gab's auch nichts anderes. Ich bin nachts, hab ich davon geträumt von den Dingen, bin nachts aufgewacht. Boah, krass. Ich will euch auch nicht zu viel spoilern. Das ist das nächste Ding. Gerade bei Schuld und Sühne, denn das ist auch ein Krimi. Vielleicht bringt's euch das näher. Im ersten Lied ist es ein Krimi. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht so sehr viel auf die Handlung eingehen, weil dann diese ganzen Aha-Effekte, die will ich euch nicht nehmen. Aber, boah, also als ich ein junger Mann war, ich muss sagen, das hat mich zutiefst, zutiefst, zutiefst berührt. Und das hat echt in meinem Innersten was aufgewühlt. Und das ist bei den anderen Dostoevsky-Büchern auch. Ich hab jetzt mal drei mitgebracht. Ich hab aber von den großen Werken, müsste ich alle gelesen haben. Und jedes von denen hat mich im Innersten berührt. Und deswegen möchte ich euch das mal heute so ein bisschen nahe bringen. Und ich weiß, wir leben heute in einer schnelllebigen Zeit. Da hat vielleicht auch nicht jeder die Zeit, diese dicken Schwarten zu lesen. Ich meine, guck mal an, das ist ein richtiger Backstein, dieses Buch hier. Und es ist auch, wie gesagt, keine leichte Lektüre. Das ist nicht, was du liest, während nebenbei noch dein Handy läuft und noch irgendwie Mucke oder sowas. Es verlangt dir schon was ab, ein bisschen Konzentration. Und deswegen versuche ich euch heute mal dieses Thema nahe zu bringen. Und würde mich freuen, wenn der eine oder andere schon aus dieser Präsentation vielleicht ein Stück weit mitnimmt. Klar ist auch, wenn wir über so einen großen Geist wie Dostoevsky reden, das ist alles, was ich hier jetzt in einer guten Stunde euch zeigen kann. Das ist nur eine Einleitung, eine Einführung in dieses Thema. Das ist wirklich ein großer Geist da. Jo, starten wir mal mit dem Buch hier, Schuld und Sühne. Was macht halt Dostoevskys Bücher schon mal aus? Vielleicht das Entscheidende ist, er ist halt so ein unglaublich feiner Beobachter von Mensch und von Leben. Realismus ist wahrscheinlich, wie man jetzt so in Fachbegriffen das umschreiben würde. Aber es gibt halt nur wenige, die einen so klaren Blick haben und den so klar auch ausdrücken können. Das so klar beschreiben, wie einfach die Realität ist. Und in diesem Schuld und Sühne beispielsweise geht es um die sozialen Verhältnisse auch. In so einer Stadt wie Petersburg im 19. Jahrhundert. Und das ist echt erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, wenn man das liest, wie der das beschreibt, die Lebensumstände, wie die Menschen erleben. Die einfachen Leute, das einfache Volk in dieser städtischen Kultur im 19. Jahrhundert. Gut, das ist Petersburg. Aber ich schätze mal, das ist in anderen europäischen Städten nicht sehr viel besser gewesen. Die sozialen Probleme, die Armut, das soziale Elend, Alkoholismus und so weiter. Gewalt, Verwahrlosung. Das ist wirklich harter Stoff. Und Dostoevsky bringt es halt total realistisch. Er beschreibt das, was ist. Und weil das auch diese Welt war, in der er halt aufgewachsen ist. Er ist in Petersburg aufgewachsen und war schon recht früh in so intellektuellen Kreisen. Aber er hat es halt gesehen. Er ist eben nicht in diesem intellektuellen Elfenbeinturm, wo man halt nur schöngeistig ist. Und das gilt, glaube ich, ein Leben lang. Er ist ein Mann des Volkes auch. Er ist mit dem Menschen verbunden. Und naja, weil er das in jungen Jahren schon so gesehen hat, ist er auch als Mensch, hat er sich den sozialistischen Ideen auch nahe gefühlt. Denn das ist ja, liegt ja nahe. Du, zuerst mal schaust du hin. Wie geht es eigentlich deinen Mitmenschen? Und dann erkennst du, wow, das sind Zustände, das ist einfach unwürdig. Das ist menschenunwürdig. Das ist für einen, wenn du den Menschen eben als, und das kommt bei Dostoevsky, wenn du den als beseeltes Wesen siehst, als, wie es Dostoevsky sehen würde, das ist ein Kind Gottes mit diesem göttlichen Funken in sich drin. Es ist unwürdig, in solchen Zuständen zu leben. Das ist mal so die Grunddiagnose, die du stellst. Und da bin ich auch voll bei ihm. Wir haben ja heute auch noch solche Zustände, anders jetzt als im 1900. Wir haben andere Probleme. Aber das ist der Grund, warum wir überhaupt diese Probleme ansprechen. Weil wenn du den Menschen liebst und wenn du auch das Größere, das Göttliche, wie auch immer, wenn du das liebst, dann kann man nicht zufrieden sein mit den Zuständen, wie sie zum Teil auf der Erde herrschen. Ob das materielle Armut ist, gesundheitliche Armut, aber auch geistige, emotionale Armut. Das sind Zustände, die sind einfach nicht gesund, die sind nicht richtig. Und deswegen derjenige, der die sieht, der begehrt er erstmal dagegen auf. Ja, und Dostoevsky als Kind seiner Zeit hat er sich daneben als Reaktion erstmal so diesen sozialistischen Kreisen angeschlossen. Diese im ganzen 1900 gab, diese Idee, durch Revolution wirklich die Gesellschaft zu verändern, die Gesellschaftsordnung zu verändern. Und ja, in jungen Jahren hat er sich dem angeschlossen, ist dann auch schnell ins Visier des Staates geraten. Das war damals, zu Zahnzeiten hatten die auch schon ihren Geheimdienst. Und da, ja, es war kein Rechtsstaat. Also wenn du da in den Verdacht geraten bist, irgendwie an revolutionären Umtrieben da auch nur irgendwie mit drin zu hängen, dann bist du halt ins Arbeitslager gesteckt worden. Und das hat damals Tausende, wenn nicht gar Zehntausende von Leuten getroffen. Und Dostoevsky war einer von denen. Der wurde verurteilt zu Arbeitslager, ich weiß nicht, ob es in Sibirien war, weil irgendwo im Osten von Russland. Und dort hat er auch dann ein paar Jahre abgesessen. Nein, abgesessen eben nicht, abgearbeitet. Und ich glaube, das war auch wirklich super wichtig für ihn, weil in diesen Arbeitslagern, glaube ich, hat er als eben dieser feiner Beobachter, der er ist, hat er in diesen Lagern sowohl die besten Qualitäten des Menschen gesehen, als auch die schlechtesten. Beide. Und beides sind menschliche Sachen. Er hat gesehen, wie Menschen einander helfen, solidarisch sind, weißt du, die Leute untereinander, wenn der eine irgendwie krank war, aber dann hast du halt vielleicht für den auch noch irgendwie Arbeit mitgemacht und so weiter. Und zum anderen aber auch, welche Abgründe auch in menschlichen Verhalten sich auftun. Also was es halt auch einfach für miese Leute gibt, die einander da noch betrügen, abziehen und all diese Dinge. Also es war für ihn eine wirklich wichtige Lektion. Und er hat sich dort bewährt. Dann hat man ihn nach ein paar Jahren, durfte er das Lager verlassen, hat sich dann in der Armee gemeldet, hat sich dort auch erstmal wieder ein bisschen hochgedient, sodass er dann irgendwie nach ein paar Jahren wieder in Petersburg wieder salonfähig war, dass er wieder überhaupt dort sein durfte. Aber es hat sich so eine Wandlung bei ihm ergeben. Eben in diesen jungen Jahren war er dieser leidenschaftliche, nach Veränderung strebende, dem aufkommenden Sozialismus, Liberalismus verhaftet. Aber dann, vielleicht gerade auch durch diese harten Zeiten, die er selber durchgemacht hat, eben raus aus dem feingeistigen Salon, raus aus diesem Milieu auch, sondern bang, richtig Erdung, hey, pfff, dieses Leben auch von ganz unten sehen. Das hat ihn extrem reifen lassen. Und er ist dann in späteren Jahren von einem Anhänger, der in jungen Jahren war, ist er zu einem Kritiker geworden. Ein Kritiker gegenüber all den, wie er es damals genannt hat, modernen Ideen. All das, was für uns heute total selbstverständlich ist, was bei uns fast gar keiner hinterfragt. Weil wir da reingeboren sind, weil wir da drin schon seit mehreren Generationen drin sind, werden solche Dinge gar nicht mehr großartig in Frage gestellt bei uns. Aber er hat so diesen Weg gegangen vom leidenschaftlichen, jungen, sozialistischen Eiferer, möchte man schon fast sagen, hin zu so einer gereiften Persönlichkeit, der das Leben als Ganzes sieht. Und der eben auch erkennt, der für sich erkennt, was das für ein Irrweg ist für uns Menschen, dieser Weg der Moderne. Und das ist so interessant, weil deswegen finde ich Dostoevsky auch so bereichernd und für mich selber auch, weil, nicht weil ich jetzt das, was Dostoevsky sagt, auch ich auch sage und nachsage, sondern weil das wirklich, ich mich selber da wieder finde. In dem, sowohl, also in dem, wie er das Leben beschreibt, in dieser wirklich großen, großen Kritik an der westlichen Moderne. Da bin ich mit ihm, das ist halt, was mich auch bewegt. Und das ist, was dieses Dostoevsky-Lesen für mich so unglaublich spannend macht, weil das ist wie so ein Widerspiegeln. Und ey, er ist halt ein Dichter. Das heißt, der Dichter, das Wort kommt davon, dass du eine Wahrheit verdichtest. Verdichtest, in wenigen Worten es ausdrücken kannst. Und ja, danke, ich kriege auch mal viel Feedback, dass ich es auch schaffe, Inhalte gut rüberzubringen. Das freut mich natürlich, das ist auch eigentlich mein Job, das sollt ihr auch machen. Aber boah, ich bin kein Dichter. Also dieses Verdichten, diesen Ausdruck, das in ein paar Worte zu bringen, da kriege ich ja die Gänse auf, ich schon drüber rede. Und Dostoevskys Welt ist sozusagen, das ist das Hauptthema eigentlich, was seine ganzen Werke durchzieht, all diese Bücher, das ist eben dieses Auseinandersetzen mit der Moderne. Und es geht da wirklich um tiefe Fragen von menschlicher Natur. Was ist die menschliche Natur? Es geht um Fragen von Freiheit, auch von gesellschaftlicher Ordnung. Streben wir nach Freiheit oder wäre es nicht besser, so eine autoritäre System zu haben? All diese Dinge. Wirklich, die fundamentalen Fragen so werden hier beantwortet. Und das macht es total spannend. Dostoevsky, sein Verhältnis zu Europa, also Russland zähle ich zu Europa, gerade er kommt aus diesem Petersburger Kreis, aber sein Verhältnis zu Mittel- und Westeuropa, also zu Frankreich, Italien, Deutschland auch. Das sagt auch ganz viel über ihn aus. Zum einen war er ein großer Bewunderer von dieser westeuropäischen Kultur. Auch von Deutschland. Er war ein großer Freund von Deutschland. Deutschland geliebt. Der war öfter in Deutschland auch. Und er hat es geliebt. Er war ein Bewunderer von dieser Kultur, von den deutschen Städten. Er hat auch irgendwann mal gesagt, so diese Schönheit von den deutschen Städten. Also gerade auch auf die kleineren. Haben wir auch schon mal hier gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Die Stadt im Mittelalter, wie das so rausgewachsen ist. Diese urbane Kultur. Das fand er alles ganz toll. Genauso auch natürlich ein Verehrer von den ganzen künstlerischen Leistungen, die Europa hervorgebracht hat. Durch die verschiedenen Epochen. Ob das in der Renaissance war. Unter Kunst zähle ich hier auch Architektur. Die gotischen Kathedralen und so weiter. All diese Dinge. Das hat er bewundert. Und hat auch, und das kommt auch in seinen Büchern voll durch, hat auch erkannt, wie rückständig Russland auch ist. In so vielen Dingen. Und hat sich wie so viele andere seiner Zeit auch gesagt, ja wir müssen auf jeden Fall uns dem ein bisschen annähern. Auch wir müssen uns irgendwie mal vorwärts bewegen. Aber so Sarah Bewunderer war von der europäischen Kultur, gleichzeitig war er auch ein riesen Kritiker von all diesen geistigen Strömungen, die in Europa seit der Aufklärung eigentlich rausgekommen sind. Und für ihn war Europa, wenn er so Deutschland angeschaut hat, was wirklich mit seinem Lieblingsland war, Deutschland oder auch Frankreich oder so, wenn er das angeschaut hat, dann war er bewundert, hat er bewundert, die Dinge, die eigentlich schon vorbei waren. Und das ist so interessant. Ich meine, der Typ hat im 19. Jahrhundert gelebt. Wir reden jetzt von den 1860ern, 1870ern. Und der damals schon erkannt, dass wir sozusagen uns in einer Art Kulturkampf befinden. Und das, was diese Stärke ist von Europa und auch die Stärke von Deutschland als Mitteleuropa, dass das damals schon am sinken war, kulturell. Und er sozusagen Europa schon in einer, Westeuropa in so einer kulturell dekadenten Phase sieht. Schon im 19. Jahrhundert. Das finde ich total interessant. Ich meine, wir heute beschäftigen uns immer noch mit und sehen jetzt die Früchte noch viel offensichtlicher. Aber du konntest eben als großer Geist, konnte man es im 19. Jahrhundert schon erkennen. Und er hat das erkannt. Und das ist so, was sein Werk auch die ganze Zeit so zieht. Zum einen die Bewunderung, weil er eben Humanist ist, die Bewunderung für, was der Mensch leisten kann in Kunst, in Schönheit, in Ästhetik. Er ist Dichter, er ist Feingeist, er ist Schöngeist. Und zum anderen aber hat er halt erkannt, wie sehr genau diese Werte, diese Attribute des Menschen, wie die von diesen modernen Ideen, von diesen Ideologien, die entstanden sind, wie die dort attackiert werden, wie die zerfallen, wie die vielleicht sogar schon Vergangenheit sind. Sehr interessant auch das Verhältnis von Dostoevsky zur Kirche. Er selber ist ja, und das so dringt auch seine Werke die ganze Zeit, er ist ein Mann des Volkes und er ist tief verbunden mit dem Christentum. Vor allem mit dem orthodoxen Christentum, mit dem russischen Christentum, die russische Orthodoxie. Und aus seiner Sicht, das hat er auch öfter so geschrieben, ist die katholische Kirche und der Vatikan, die haben aus seiner Sicht schon vor vielen Jahrhunderten das Christentum verraten und das Christentum verkauft und aus dem Christentum ein Machtinstrument gemacht. Ein Machtinstrument letztens für die Oligarchie, für die weltliche Herrschaftssuchende. Und er kritisiert direkt auch den Vatikan sehr, sehr häufig. Jetzt benutzt er das, oder seine Kritik ist jetzt nicht so wie, wenn du jetzt heute so guckst, Vatikan, und wenn du da mal recherchierst, dann kommst du auf ziemlich viel düsteren Stuff auch und so. Stichwort Verschwörungstheorien und so weiter. So hat er natürlich das noch nicht verfasst. Das ist im 19. Jahrhundert. Aber seine Kritik ist noch aus einer viel größeren Sicht, ist es einfach so eine Wahrheit. Und er beschreibt halt so, wie diese katholische Kirche sozusagen, Papsttum, dieser ganze Reichtum, den wir ja schon so in der Renaissance hatten, diese ganze Korruption und so weiter, dass das eine komplette Abkehr vom Christentum ist. Und schon überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, für was Christus steht. Und für ihn ist es halt so, das wahre Christentum noch zu finden in der Orthodoxie, im russischen Orthodoxen. Das ist natürlich schon gar nicht, wenn ich hier über dieses Thema jetzt so rede. Das ist, wo ich mit Dostoevsky vielleicht nicht ganz auf Linie bin. Weil ich habe selber, mache sicher keinen Hehl draus, dass ich eigentlich all diese großen Religionen kritisch sehe. Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, auch Hinduismus. All diese Ismus und diese großen Religionen sind mir suspekt. Und ich sehe sie alle auch als Instrument. Zumindest werden sie zum Instrument gemacht für Machtmissbraucher. Aber Dostoevsky ist halt auch ein Kind seiner Zeit. Und was er vor allem ist, er ist Humanist und er ist mit dem Volk verbunden. Das ist das Entscheidende. Und gerade in Russland ist es wahrscheinlich eben auch ein bisschen anders als bei uns. Die russische Seele, wenn du so willst, für die ja Dostoevsky auch steht, die ist eben tief, tief, tief verbunden mit dem orthodoxen Christentum. Das heißt, indem er sich zum orthodoxen Christentum bekennt, bekennt er sich zu seinem Volk, bekennt er sich zu seiner Kultur. Das ist, was mir das Entscheidende erscheint an dieser Sache. Es geht ihm also nicht bei diesem Christentum so sehr, wie wir das Christentum verstehen, sondern es geht vielmehr um die Mystik. Es geht vielmehr darum, um Christus im Menschen drin. Und das sind ja wiederum genau die Dinge, auf die ich auch immer wieder hinweise. Ich drücke es halt in anderen Worten aus. Ich rede jetzt nicht mehr von Christentum und Gott, rede ich nicht mehr so gern. Ich benutze lieber so Begriffe wie der Mensch ist beseelt, da ist Spirit drin. Aber im Grunde meinst du dasselbe. Was Dostoevsky sieht, ist, dass sich der Westen komplett davon verabschiedet hat. Schon vor Jahrhunderten die Kirche, die im Grunde genommen nicht mehr die Seele, das Seelenheil auch lebt und vorlebt, sondern im Grunde genommen schon total gottlos und seelenlos geworden ist. Was man ganz einfach erkennen kann und das ist auch jetzt nicht Dostoevsky der Erste gewesen. Es hat man schon im Mittelalter erkannt, diese Korruption da von der Kirche, diese Macht im Vatikan, diese weltliche Herrschaft auch. Im Grunde genommen die direkte Connection vom alten römischen Imperium zur römischen Kirche ist immer auch dasselbe. Der Papst nennt sich selber der Pontifex Maximus. Das war ein Titel, den sich die Cäsaren früher gegeben haben. Das ist dieselbe Linie. Dann zeigst du so, ey, wir sind ja die weltlichen Herrscher. Das ist das Ding. Keine religiösen Führer. Während Dostoevsky das Christentum viel mehr interpretiert als diese Innerlichkeit, auch die Frömmigkeit vom einfachen Volk, diese Hingabe. Und auch das ist, was immer wieder vorkommt, was auch das russische orthodoxe Christentum auszeichnet, das ist viel mehr so eine Volksreligion. Da gibt es auch immer wieder diese erstaunlichen Charaktere. Und manchmal werden sie auch beschrieben von so Volksheiligen. Der bekannteste ist ein Rasputin, kennt ihr alle, der hat irgendwo einen ganz einfacher Mann. Aber welchen Einfluss der einen gehabt hat, bis hin an den Kaiserhof des Zahnen, ist riesig. Aber es gibt ganz viele in Russland oder gab es und gibt es, glaube ich, heute immer noch so russische Mystiker. So was haben wir bei uns gar nicht mehr. Oder es ist bei uns schon so sehr an den Rand gedrängt, dass wir es nicht mehr wahrnehmen. Aber in Russland gibt es diese Figur noch. Und im 1900 gab es die ganz oft. Und die werden auch beschrieben. Und das ist so ein ganz anderes Christentum. Nicht dieses vatikanische, sondern eher so eine spirituelle Seite. So ein mystisches Christentum. Der Christus im Herzen. Die Christus-Energie und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht so vererlichen, aber wie gesagt, ich sehe auch das russische Christentum, sehe ich auch durchaus kritisch. Auch da haben wir die Popen und Machtstrukturen. Aber was ich hinaus will, ist, was Dostoevsky gesehen hat, ist im Grunde das, was ich auch die ganze Zeit versuche zu thematisieren. Der beseelt der Mensch. Der Mensch. Und das ist nicht Esoterik. Das ist Realismus. Das ist das Ding. Der Typ ist das genaue Gegenteil von einem Esoteriker. Sondern er ist ein Realist. Aber er beschreibt die menschliche Natur wie kein anderer. Ich sage euch, Leute, ihr werdet nur schwer Bücher finden. Es gibt viele gute Bücher. Ich habe schon viele gute Bücher auch gelesen. Aber es ist wirklich, es gibt kaum jemanden, der so gut die menschliche Natur, die Psychologie des Menschen beschreiben kann wie Dostoevsky. Und was aber das Entscheidende ist und was das Entscheidende von seiner Botschaft und seinem Werk ist, der Mensch ist beseelt. Und was aber aus dem Westen kommt, ist Gottlosigkeit. Sowohl von der Kirche, die eben Gott schon lange verraten hat, als auch, was dann so als Gegenentwurf zu der Kirche kam er dann, und wir haben ja oft drüber gesprochen, kam er dann die Aufklärung. Und das war in seiner Zeit völlig richtig. Bin ich voll dabei. Nur ist eben das Pendel von einem extrem ins andere geschwungen und hat wieder die wahre Natur des Menschen einfach völlig umgangen. Und vergewaltigt den Menschen durch ihre Ideologien. Und das eine ist eben dieser Verrat von der Kirche und das andere ist dann der Verrat von, weiß nicht, kann man sagen, der Verrat von der Aufklärung oder von ihren Vertretern oder den Nachfolgern. Weil die Aufklärung selbst war wichtig und richtig in vielen Dingen, aber was danach daraus gemacht wurde, da sieht er auch eben diese Gottlosigkeit. Das ist das Entscheidende. Und er sagt halt, wenn ein gottloses Weltbild kann am Ende auch nur Unheil rausbringen. Du kannst da nicht zum Heil kommen. Was auch immer mit Heil dann genannt und mit Heil ist, wenn ich davon spreche, meine ich jetzt auch nicht, dass da am Ende deines Lebens dann irgendwo der Petro sagt, hast du gut gelebt, da darfst du in den Himmel. Das ist dann wirklich zu tun, was kommt aus deinem Leben raus, was entsteht. Und wenn du halt in einem gottlosen Weltbild gefangen bist, ist es schwierig daraus Heil zu kreieren. Also etwas ganzheitliches. Das ist aber, was das Wort Heil bedeutet. Heil ist ja ganz. Das hat nichts mit abgefahren. So, ich bin Heiliger. Heil ist ganz. Wie so ein Kind. Ey, Papa, kannst du es wieder heile machen? Das Spielzeug kaputt. Mach es wieder ganz. Füge es zusammen. Das ist getrennt. Das ist diabolisch. Das ist getrennt. Füge es zusammen. Mach es heil. Mach es wieder symbolisch. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Und er sieht halt, dass dieses, alles was dort aus dem Westen kommt, so an neuen Ideen. Und mit vielem ist es, ist er auch, sympathisiert er auch. Aber er sieht halt, dass es im Kern gottlos ist. Und deswegen eine Bedrohung für den Menschen. Und auch etwas, was in letzter Konsequenz den Menschen auch vergewaltigt. Weil es eben wieder seiner Natur geht. Und aus dieser Geisteshaltung heraus sind dann tatsächlich diese Ideologien entstanden. Wir haben auch schon viel darüber gesprochen. In England, Fabian Society, die Lunar Society und wie sich diese ganzen Weltbilder entwickelt haben. Und das ist so, wo im Kern die Kritik ist. Und aus diesen Weltbildern heraus haben sich die politischen Systeme entwickelt. Die Ideologien. Sozialismus. Dann im 20. Jahrhundert auch Faschismus. Und das ist auch das Ding. Sowohl aus meiner Sicht, als auch von Dostoevsky, der natürlich den Faschismus gar nicht gesehen hat. Ich meine, der ist wann gestorben? Weiß ich gar nicht. 1880 oder sowas. Aber diese Dinge, Faschismus, Kommunismus, die sind beide Teile von dieser Moderne. Sie sind beide von diesem gottlosen, modernen Weltbild. Gott und seelenlos. Wo einfach kein Spirit ist. Wobei es nur nihilistisch, materialistisch erklärt wird. Und deswegen, das, was wir im 20. Jahrhundert dann erlebt haben in Deutschland als Faschismus, auch in Deutschland Sozialismus, aber auch in Russland Stalinismus und so weiter. Die großen Kriege. Diese enormen Verbrechen, die da auch entstanden sind. Diese industrielle Wahnsinn. Industrielle Kriege, Arbeitslager und so weiter. Ich meine, welches Leiden das gebracht hat über Europa und über die Welt. Das hat der Typ halt da schon antizipiert. Das ist ja voll ausgesehen. Und anders als jetzt beispielsweise, als wir uns mit anderen Literaten beschäftigt haben, wie zum Beispiel Elders Huxley oder vielleicht auch HG Wells, ist bei Dostoevsky es eben nicht so, dass es sozusagen ein Programm ist, was er da beschreibt. Sondern, weil er kommt eben aus diesem russischen Kulturkreis. Er hat da keinen Zugang zu diesen englischen Eliten, die halt im 19. Jahrhundert, vor allem waren es englische Eliten, die das so geprägt haben. Er hat da keinen Zugang zu. Er betrachtet das wirklich aus einer anderen Perspektive. Aber er hat eben diesen Blick gehabt, dass er da schon die Gefahr erkannt hat, um die es da geht. Was auf Europa zukommt und was auch auf Russland zukommt, wenn diese modernen Entwicklungen, diese... Liberalismus klingt ja noch gut, aber aus Liberalismus wird dann auch Sozialismus, Kollektivismus, all diese Dinge, über die wir immer reden, das hat er da gesehen. Und er hat schon da diese Sorge formuliert, wie weit es kommen kann. In dem Buch von ihm, wo das am besten thematisiert wird, das ist dieses hier. Das heißt... Oh, jetzt kann ich gar nicht lesen. Hier steht nur Dostoyevsky drauf. Hier hinten. Die Dämonen. So heißt das Buch. Die Dämonen. Das ist, wo ich jetzt mal ein bisschen drüber sprechen möchte, über dieses Buch. Denn im Grunde könnte man sagen, das ist Dostoyevskys großer Roman, wo er abrechnet mit all diesen politischen Strömungen, all diese revolutionären Geschichten und so weiter, all das, was eben eben Nihilismus ist. Er beschreibt hier in dem Buch eine so eine Figur, das ist so ein überzeugter Nihilist, der dann auf so einen Trip kommt, dass für ihn der bewusst vollzogene Selbstmord, der der Beweis ist, dass man Gott schlagen kann. Also so abgefahren. Verstehst du, es geht um diese total übersteigerte Hybris, Überheblichkeit des Menschen. Und es geht so weit, bis dass man fast noch den Kopf schüttelt. Hey, was ist das für ein Typ, der so tief in seinem Nihilismus drin ist, dass der das Leben per se ablehnt und nur durch den Freitod, also durch den Selbstmord sich über das Leben erheben kann. Ich meine, was für eine abgefahrene Denkweise. Was für eine abgefahrene Denkweise. Und tatsächlich ist diese Denkweise, das ist, was Dostoyevsky dämonisch nennt. Das Buch heißt Dämonen. Und wenn man jetzt bei uns das liest, dann denkt man sich erstmal Dämonen. Wahrscheinlich so ein Fantasy-Ding oder sowas. Irgendwas Gruseliges. Aber nichts dergleichen. Ich habe euch gesagt, dem seine Arbeit ist rein, das ist Realismus. Aber was beschreibt er denn damit Dämonen? Was meint er denn damit? Was Dostoyevsky meint, ist Dämonische. Die Dämonen, das sind nicht irgendwelche Wesen da draußen. Das sind nicht, wie ich es heute gerne gesagt habe, irgendwelche Aliens oder so. Nein, das Dämonische findet im Menschen statt. Es findet hier statt. Zwischen den Ohren. Noch mehr hier drin, im Herzen. Da ringen sozusagen die Kräfte. Und dort können die dämonischen Kräfte überhand nehmen. Und das aus Sicht von Dostoyevsky, aus Sicht von diesem ganz alten Europa, wenn man so will, weil das ist, was so spannend macht, ist dieses Dämonische letztens ein Ausdruck, wenn du deine ganzen Leidenschaften, das Triebhafte, wenn du das komplett einfach freilegst und dort nicht mehr, das nicht mehr im Zaum hältst. Er sagt sozusagen, aus den Emotionen, aus den Leidenschaften entwickelt sich irgendwann, können sich dieses Dämonische entwickeln. Wie es das Wort vielleicht schon sagt, Leidenschaft kann eben auch Leidenschaften. Jetzt will ich, ich bin selber ein leidenschaftlicher Mensch. Und das finde ich auch wichtig. Das, was du machst im Leben, machst mit Leidenschaft, machst mit Hingabe. Aber entscheidend ist eben immer dieses Gleichgewicht. Was er aber erkennt, und das sehe ich ganz genauso, deswegen sage ich erkennt, weil es ist für mich keine Meinung, ich sehe es ganz genauso. Diese ganze moderne Welt, die eben die alte Ordnung, die alte Religion über Bord geschmissen hat, was ich okay finde, sie hat versäumt irgendwie den Menschen den eigentlichen Kodex zu zeigen. Und der liegt im Herzen, so wie es auch Immanuel Kant schon gesagt hat. Das ist hier drin. Aber das hat man nicht gemacht, sondern die alte Ordnung, die sozusagen die menschlichen Triebe und die Leidenschaften mit Regeln übergestülpt hat. Ey, das ist Sünde, tu das nicht. Lass die Finger von deiner Nudel. Also, okay. So war das früher, das hat man weggenommen. Aber man hat es eben nicht freigesetzt, sondern dieser Liberalismus, der entstanden ist, der steigert das Ego. Das ist sozusagen die Erkenntnis von Dostoevsky. Wir kommen nicht ins Gleichgewicht, sondern wir sind jetzt, früher war man Duckmäuser unter irgendwelchen Regeln, der Pope hat gesagt, und dann, uh, mach ich nicht, ansonsten bin ich böser Junge. Und jetzt geht's rein ins andere Extrem. Völlige Hemmungslosigkeit. Ein übersteigertes Ego. Dieses triebevoll ausleben und so weiter. Und wenn wir uns heute so die Welt anschauen, auch, dann sehen wir das so sehr. Dieses, dieses übersteigert, dieses zum Teil bis in die Hysterie übersteigert, was dann auch so zum Teil wirklich bizarres Verhalten auslöst. Aus Dostoevsky ist das das Dämonische. Nicht irgendwelche Wesen von außen. Das sind wirklich nur Dinge, die in uns Menschen stattfinden. Dieses Dämonische. Ja, und, und, ähm, in diesem Roman geht es unter anderem eben auch darum, um eine revolutionäre Gruppe. Ich muss da jetzt doch ein bisschen von dem Inhalt spoilern, sonst geht's halt nicht, ja, aber das ist, ich komm schon, ich glaub, es wird, ihr könnt, es lohnt sich immer noch zu lesen, würde ich nur sagen. Ich nehme euch nicht die Überraschungseffekte, also. Aber um was es da, dort geht, er beschreibt halt, wie sich, wie sich so revolutionäre Zellen entwickeln. Ähm, die Geschichte spielt in irgendeiner fiktiven Stadt in Russland und, äh, die, die dortige intellektuellen Szene, so diese liberalen Debattierclubs, er beschreibt halt, wie die sich immer mehr extremisieren, wie die in so revolutionäre Zellen reinkommen und wie dort dann, vielleicht auch gerade, weil die dann eben in so einer Blase auch sich befinden, wie da dieses dämonische Denken immer stärker wird. Das ist, das ist, was die Dämonen sind. Nichts da draußen, sondern es ist in uns Menschen drin, es ist diese, diese Denkweise. Und ich kann euch jetzt mal hier so ein paar Dinge vorlesen, wo er, wo er das so beschreibt. Wie gesagt, es sind so dicke Bücher, deswegen kann ich gar nicht so viel spoilern, mach dich keine Sorgen. Ich steige immer richtig tief hier ein. Und, ähm, zunächst mal, das erste, was ich jetzt vorlese, ja, das ist die Szenerie. Es ist so ein, es kommt zu einem konspirativen Treffen. Das ist so ein Kreis von vielleicht, ähm, zehn, zwanzig Leuten und die treffen sich heimlich. Und sie treffen sich, weil eben aus, aus Petersburg, da kommt einer und, und alle glauben irgendwie, das ist so, ja, das ist so einer, der in der revolutionären Hierarchie ein bisschen weiter oben steht. Jemand, der so schon verschiedene revolutionäre Zellen kennt in Russland, der die so verbindet, ja. Und, und die haben alle so die, diese Idee, ähm, das ist auch sehr interessant, dass es Fünferzellen gebildet werden. Das schreibt auch Sersky schon 1870. Das mit der Fünf. Also, das ist so eine revolutionäre Zelle aus fünf Leuten besteht. Da hat man immer eine Mehrheit. Drei können immer, also, man kann immer gut abstimmen. Es gibt keine Patz, ja. Aber nicht mehr als fünf. Immer nur fünf. Und die Idee ist halt, dass es ganz viele Fünfergruppen gibt, die die anderen Fünfergruppen nicht kennen. Sodass auch, falls dann irgendwann so eine Gruppe aufliegt, dann kannst du maximal vier Leute verraten und nicht mehr. Du hast keine Ahnung, du musst die anderen machen. Du kannst ja auf der Straße jemand von einer anderen Fünfergruppe begegnen, du weißt das nicht. Und, ähm, die Idee, die da so gezeichnet wird, ist, dass halt überall so Fünfergruppen entstehen, die dann sozusagen ein gemeinsames subversives Netz bilden, äh, was verbunden ist vielleicht mit der, der Spitze der revolutionären Bewegung in Petersburg oder Moskau. Aber Petersburg, weil da ist noch die wichtigere Stadt. Und, und dass die wiederum verbunden sind, dann diese russische revolutionäre Bewegung mit der, mit der internationalen, mit der internationalen revolutionären Bewegung, die irgendwo aus, aus dem Westen kommt. Weil das beschreibt ja eben klar, diese ganzen Ideen, die kommen nicht aus Russland. Das sind keine russischen Ideen, sondern die kommen aus dem Westen. Ja. Und, ähm, jetzt also hier die Szenerie, äh, in der wir einsteigen. Es ist also da dieses konstruative Treffen. Hier allerdings keine Fünfergruppe, sondern die, die soll eben erst gegründet werden. Wir sind ja auch ein bisschen durcheinander. Aber es treffen sich eben so diese 10, 20, ähm, liberal-intellektuellen, sage ich jetzt mal. Und einsteigen tun wir hier, wie die miteinander debattieren. Und, ähm, ach, ich lese einfach mal hier los. Also die sind jetzt gerade so alle am Streit miteinander. Weißt du, sie alle und jeder redet und da wird gestritten miteinander. Und, ähm, das kommt einem alles auch irgendwie sehr vertraut vor. Und ich starte mal hier mit rein, lese mal hier vor. Was kann ich dafür, dass Sie so schwer vom Begriff sind und mich bis jetzt noch nicht verstanden haben? Das kränkt Sie nun und Sie ärgern sich. Das ist die ganze Lösung des Rätsels von Ihnen und Ihrer Generation. Nern, sagte der Major. Und Sie sind ein Narr. Ja, schimpfe nur. Aber erlauben Sie ihm, Kapitän Maximowitsch. Sie haben mir doch selbst gesagt, Sie glaubten nicht an Gott, rief Li Putin mit krähen der Stimme vom anderen Tischende. Was hat das damit zu tun, was ich von mir gesagt habe? Ich, äh, ich bin doch eine ganz andere Sache. Ich, nun ja, vielleicht glaube ich doch. Nur glaube ich nicht so ganz. Aber wenn ich auch nicht ganz glaube, so werde ich doch nicht sagen, dass man Gott erschießen müsse. Ich habe schon damals, als hier noch Husar war, über Gott nachgedacht. Es heißt sonst wohl in allen Liedern, dass ein Husar bloß trinke und durchgehe. Schön, ich habe vielleicht auch getrunken. Aber werden Sie es mir glauben? Mitunter sprang ich nachts einfach aus dem Bett, kniete bloß in Socken vor dem heiligen Bild nieder und schlug ein Kreuz über das andere, damit Gott mir Glauben schicke. Denn selbst damals ließ mir die Frage keine Ruhe. Gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Dermaßen bitter ist mir das geworden. Morgens, natürlich, da wird man abgelenkt und der Glaube kommt einem wieder abhanden. Wie ich denn überhaupt die Beobachtung gemacht habe, dass tagsüber der Glaube immer ein wenig schwindet. Gibt es denn bei Ihnen kein Kartenspiel? Fragte Werowenski, das ist so der Typ, der aus Petersburg kommt. Gibt es denn bei Ihnen kein Kartenspiel? Fragte Werowenski sich zur Hausfrau wendend und gähnte ungeniert. Ich kann Ihnen diese Frage nur zu gut, nur zu gut nachfühlen, beteuerte die Studentin eifrig, die vor Entrüstung über die Worte des Majors ganz rot geworden war. Man verliert bloß kostbare Zeit, wenn man so Lärm geschwätzt zuhört, sagte die Hausfrau scharf und blickte ihren Mann bedeutsam an. Die Studentin straffte sich sofort und schickte sich an, eine Rede zu halten. Ich bin hergekommen, um der Versammlung Mitteilung zu machen von den Leiden und dem Protest der Studenten. Und da die Zeit über unmoralischen Gesprächen vergeudet wird, es gibt weder etwas Moralisches noch etwas Unmoralisches auf der Welt, fiel ihr der Gymnasiast sogleich ins Wort, kaum dass er sah, dass die Studentin mit einer Rede beginnen wollte. Das habe ich, mein Herr Gymnasiast, schon viel früher gewusst, als sie das aufgeschnappt haben. Und ich behaupte, versetzte dieser geradezu wutschnaubend, dass sie ein Kind sind, das aus Petersburg hergekommen ist, um uns über Dinge aufzuklären, die wir schon längst selber wissen. Dass das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und so weiter, dass sie nicht einmal richtig aufzusagen verstanden, ein unmoralisches Gebot ist. Das weiß doch schon seit Belinsky ganz Russland. Zitat erst mal Ende. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. So ein politischen Palabra. Ich kann mich erinnern, in meinen Studententagen, da bin ich mit diesen Szenen auch in Berührung gekommen. Da war ich auch mal in Zeiten, da gab es auch ein paar Studentendemos und im Zuge dessen bin ich da auch in Berührung gekommen mit den Studentenvertretungen, die es da schon gab. Auch bei uns, obwohl ich in Bayern studiert habe, gab es einen AStA. Das war übrigens 90er Jahre. Das ist zu alt bin ich auch noch nicht. Also 90er Jahre, aber es gab eben diesen AStA, der so traditionell so ein links, wenn nicht sogar linksradikaler Studentenverbund bist und so weiter. Und ich kann mich genau erinnern an diese Energie. Wenn die geredet haben, das war genau so. Das war so eine Streiterei. Jeder hat da so seine Agenda. Jeder prescht nach vorne. Vor allem ist das halt so ein Ego-Spiel. Jeder möchte zeigen, er ist schlau und diese ganzen hochtragenden Debatten. Und mir ging es dann tatsächlich auch manchmal wie eben diesen Berchowenski. Er hat sich eigentlich kein Kartenspiel. Das langweilt mich total. Was reden wir eigentlich? Aber das ist, finde ich, auch fein beobachtet, dass es damals halt auch schon war. Aber das ist letztens nur der Einstieg hier in dieses Treffen. Das wird nämlich noch wesentlich spannender. Es gibt hier dann auf diesem Treffen eine Figur, der heißt Shigaljov. Und der Shigaljov, der ist so der Archetyp des Theoretikers. Das ist der Typ, der so eine neue Gesellschaftsform entwickelt, eine neue Verfassung entwickelt, wie die zukünftige sozialistische, kollektivistische Gesellschaft geordnet sein sollte. Das ist natürlich jetzt Fiktion. Es gibt diesen Shigaljov nicht. Aber der Shigaljov ist dieser Prototyp. So Typen wie den, die gibt es und gab es eben schon. Und dieser Shigaljov taucht jetzt eben auch auf dieser Versammlung. Und ich habe jetzt ein paar Seiten übersprungen. Und der spricht jetzt über sein Programm, über seinen, über den Shigaljov-Wismus, wenn du so willst. Was aber letztens halt nur eben so ein Prototyp ist von diesen sozialistischen Programmen, wie man sie so im 1900 sich ausgedacht hat. Und das ist wirklich krass, wenn man dem mal hier reden hört. Es kommt also jetzt, ich steige jetzt hier ein, das Zitat von diesem Shigaljov. Also der Typ, dieser Theoretiker, der jetzt redet hier. Nachdem ich meine Energie zunächst der Erforschung des Problems der sozialen Verfassung jener zukünftigen Gesellschaft gewidmet hatte, die die gegenwärtige Gesellschaft ablösen wird, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass alle Entwerfer sozialer Systeme seit den ältesten Zeiten bis zu unserem 1870. Jahre, dass die bloß Träumer, Märchenerzähler und Dummköpfe gewesen sind, die sich selbst widersprechen und die sowohl von der Naturwissenschaft als auch von jedem wunderlichen Tier, das Mensch genannt wird, so gut wie überhaupt nichts begriffen haben. Plato, Rousseau, Fourier sind Säulen aus Aluminium. All das taugt vielleicht für Spatzen, aber nicht für die menschliche Gesellschaft. Da nun die zukünftige Gesellschaftsform jetzt unbedingt festgelegt werden muss, gerade jetzt, wo wir uns alle endlich anschicken zu handeln, um nachher nicht mehr nachdenken zu müssen, so schlage ich denn mein eigenes System der Welteinrichtung vor. Hier ist es. Außerdem erkläre ich im Voraus, dass mein System in seinem Aufbau nicht beendet ist. Ich habe mich in meinen eigenen Argumenten verwickelt und mein Schlussergebnis steht in diametralem Widerspruch zur anfänglichen Idee. Nachdem ich von unbeschränkter Freiheit ausgegangen bin, komme ich zum Schluss zu unbeschränkten Despotismus. Allein, ich muss hinzufügen, dass es außer meiner eigenen Lösung des Problems, der sozialen Formel, eine andere Lösung überhaupt nicht geben kann. Zitat erst mal Ende. Wow, das ist spannend. Ey, könnt ihr ihm folgen, was er da sagt? Das ist so krass. Da sind so viele, in diesen wenigen Sachen ist schon so viel drin. Wie gesagt, es geht um diesen Prototyp von diesen Ideologen, die wir heute noch haben. Und allein schon hier, was er eben über dieses Menschenbild aussagt. Ich sage euch das immer wieder und da kommt es auch. Es ist das Weltbild, Menschenbild, was schon verkehrt ist. Weil der hier, der argumentiert auch, das menschliche Tier, der Mensch ist ein Tier. Und er sagt selbst, das ist Naturwissenschaft. Das ist ja auch so in diesen ganzen 19. Jahrhundert Ideologien. Die sind alle naturwissenschaftlich begründet. Sozialismus, Kommunismus, auch Faschismus. Diese ganzen Eugenik-Geschichten. Da haben wir die Connection schon gezogen zu Darwin und so weiter. Das ist Naturwissenschaft. Das ist alles wissenschaftlich. Wissenschaftlicher Materialismus. Das war noch ein Schulfach in der DDR. Wissenschaftlicher. Das war alles bewiesen. Aus deren Sicht. Ist ja logisch. Und das ist, wie ich schon so oft sage, es ist eben Ideologie. Es ist nur Kopf. Es ist wie das schöne Karl-Marx-Monument in Chemnitz. Großartig. Das ist ein Riesending. Aber es ist nur Kopf. Nur Kopf. Dieser strenge, strenge Papa, der da blickt. So ein Rauschebart. Strenger Blick. Nur Kopf. That's it. Kein Herz. Kein Bauch. Nur Kopf. Das ist genau das. Deswegen ist es so ein großes Kunstwerk. Ich bin auch voll dafür, dass es für immer bleibt in Chemnitz. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe. Wow. Hier, guck mal. Nur Kopf. Das ist halt Ideologie. Und hier ist es genauso. Und es wird alles immer wissenschaftlich begründet. Und alle, die da vorgewesen sind. Und der geht da bis zurück zu Plato. Rousseau, der große französische Aufklärer. Fourier, das ist so ein französischer Frühjahrssozialist und so weiter. Und der sagt, die taugen alle nichts. Warum? Weil die die menschliche Natur nicht erkannt haben. Und er als Wissenschaftler, als reiner materialistischer, vernünftiger Mensch, er erkennt, der Mensch ist ein Tier. Das ist schon mal die Voraussetzung. Und aus dieser Voraussetzung muss man dieses Gesellschaftssystem aufbauen. Und das ist genau das Ding. Das finde ich so krass. Dostoevsky, das Buch hat er geschrieben, vielleicht 1870 oder so, 1860. Dass sowas rauskommt, heftig. Und dann richtig spannend, wie er dann eben sagt, deswegen das System, was er jetzt erarbeitet hat in jahrelanger Arbeit, ist alternativlos. Auch etwas, was wir auch immer wieder hören heutzutage. There is no alternative. Es geht nicht anders. Wir müssen es so machen. Das sagt er auch. Er sagt, es gibt kein anderes. Er hat alles durchdacht bis ins kleinste Teil. Und obwohl manche Dinge ihn selber erschrecken, es gibt keine Alternative. Das ist die einzige Möglichkeit. Und was auch richtig, richtig spannend ist, ist hier dieser Satz. Nachdem ich von unbeschränkter Freiheit ausgegangen bin, komme ich zum Schluss zu unbeschränkten Despotismus. Das ist auch so ein großer Gedanke. Am Anfang, ja, wir wollen die Welt besser machen. Wir wollen die Welt frei machen. Wir wollen frei leben. Aber am Ende, wenn du das konsequent durchgehst und die Verbindung zu deiner Seele, zum Spirit, zum Herz nicht hast, dann kommst du im Despotismus raus. Das ist, übrigens hat das auch schon, wenn ich mich recht erinnere, auch Plato schon beschrieben. Genau diese Mechanismen. Am Ende droht da Despotismus. Das schreibt er ja auch schon. Der schreibt, das ist in sich logisch. Das kann nicht anders sein. Es geht nur so. Oh, das ist richtig heavy stuff. Aber es geht noch ein bisschen weiter hier. Was er hier noch sagt, was ich vorschlage, ist nicht eine Gemeinheit, sondern es ist ein Paradies. Ein irdisches Paradies. Und ein anderes ist hier auf Erden überhaupt nicht möglich. Schloss Shigaljov in autoritärem Ton. Ich aber würde, übertönt der Lemmschins Stimme die anderen, ich aber würde anstelle von so einem Paradies lieber diese ganzen neuen Zehntel der Menschheit nehmen und einfach in die Luft sprengen, wenn man schon mit ihnen nichts anzufangen weiß. Und würde nur ein Häufchen gebildeter Leute übrig lassen, die dann eben nach den Lehren der Wissenschaft herrlich zu leben beginnen könnten. Das ist krass. Das ist krass. Es ist nämlich so, dass tatsächlich dieser Plan beinhaltet, von Shigaljov, dass es eben nicht so ist, dass wir alle frei leben können. Und das ist so diese Idee. Kommunismus und Sozialismus und wie auch immer du das nennst. Faschismus ist auch nicht anders. Es sind alles diese modernen, kollektivistischen, gottlosen, seellosen Systeme. Und da geht es nicht darum, dass alle frei sind. Das ist vielleicht am Anfang, willst du das? Aber man kommt eben immer mehr dahin, dass es hier halt so eine Herde gebildet wird. Und er selber schreibt das auch, diese Aufteilung, dass eigentlich nur neunzehntel Herde sind. Lese ich mal hier jetzt was. Jetzt spricht nicht der Shigaljov selbst oder der Theoretiker selbst, sondern einer von seinen Anhängern, die halt so den auch so seine Agenda pushen wollen. Und jetzt lese ich hier wieder vor, was einer von seinen Unterstützern also sagt. Hier, meine Herrschaften, handelt es sich um etwas ganz anderes. Herr Shigaljov hat sich der Aufgabe, vor die er sich gestellt sah, mit größtem Ernst gewidmet und ist dabei sehr bescheiden. Ich kenne sein Werk. Er schlägt darin als endgültige Lösung des Problems die Teilung der Menschheit in zwei ungleiche Teile vor. Der kleinere Teil, ungefähr nur ein Zehntel der Menschheit, erhält allein persönliche Freiheit und das unbeschränkte Recht über die übrigen neunzehntel. Diese neunzehntel der Menschheit aber sollen ihre Persönlichkeit vollkommen einbüßen und zu einer Art Herde werden und bei unbegrenztem Gehorsam mittels einer Reihe von Umwandlungen die uranfängliche Unschuld wieder gewinnen, so etwa den Zustand im ursprünglichen Paradies, obschon sie übrigens auch arbeiten werden. Die Maßnahmen, die der Verfasser vorschlägt, um den neunzehnteln der Menschheit den Willen zu nehmen und sie durch Umbilden der Erziehung ganzer Generationen in eine Herde zu verwandeln, sind überaus interessant, sind auf naturwissenschaftlichen Tatsachen aufgebaut und sind streng logisch. Krass, oder? Ich weiß nicht, was er hier beschreibt, wie sagt man, wir müssen uns in die Zeit versetzen. Das hat man, also er konnte, Dostoyevsky hat das 68 schon gesehen und es ist nicht so, dass der, weil er so super genial war, sondern solche Schriften sind damals ja auch kursiert. Es gab da diese Pamphlete, wo eben solche Vorschläge gemacht werden und wenn man da, wenn man es so liest, dann schüttelt man den Kopf, was für ein Irrsinn. Aber hey, wenn wir wissen, wie das 20. Jahrhundert gelaufen ist, wenn wir unsere heutige Zeit anschauen, dann können wir einfach mal erkennen, oh shit, das mit dem Irrsinn, es ist auch Wirklichkeit. Und da ist immer wieder dieser Irrsinn, ich nenne es oft Irrsinn, Wahnsinn, Vetiko habe ich schon benutzt, diesen Indianerbegriff. Dostoyevsky nennt es dämonisch. Das ist nichts anderes. Das ist hier, da stimmt irgendwas nicht. Wenn man dann zu solchen Ergebnissen kommt. Du startest bei Freiheit und kommst aber dann aus reiner Logik, rein wissenschaftlich begründet, es kann nicht anders sein, kommt man am Ende zum System, wo halt neunzehntel der Menschen verdummt sind, zu einer Herde gemacht sind, deren Willen gebrochen wird, die keine autonomen Menschen mehr sind. Und ein Zehntel kontrolliert die Leute. Hey, also kein, da schauen wir jetzt heutzutage um uns, da sind wir aber dann schon ganz schön nah an dem Kran. Gucken wir uns an, all diese Themen, über die wir uns schon beschäftigt haben, weißt du, wie Social Engineering, die Menschen erziehen, umerziehen, sie zum Teil verblöden vielleicht sogar, Idiokratien und so weiter. All das, diese Dinge passieren nicht zufällig, Leute. Sondern das sind Programme, die Menschen sich ausgedacht haben und man konnte die schon im 19. Jahrhundert, konnte man die schon sehen. Vielleicht waren sie da sogar noch offener dargelegen. Das ist der Grund, warum diese Dinge so laufen, bis zum heutigen Tag so. Und alles aber eben auf diesem 19. Jahrhundert-Gedanken basierend, das ist alles naturwissenschaftlich, das ist alles, es geht halt nicht anders. Wenn du da jetzt, sowas ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ein Dostoyevsky so diese ganzen Argumente mit Herz oder so. Also ja, jetzt wird man nicht sentimental oder so. Reine Ratio, es gibt kein anderes System. Wir müssen den Menschen diese böse Natur, diese Triebhaftigkeit, wir müssen den einfach hier niederkerkern sozusagen. Aber die anderen 10 Prozent, die dürfen sich dann voll entfalten und die dürfen dann sozusagen die Sau rauslassen. Das spielt genau das wieder, diese Entwicklung, wo es hingeht. Wo es hingegangen ist und wo es jetzt immer noch hingeht. Ja. So, wo geht's jetzt hier weiter? Auch hier daneben, ja. Am Ende bleibt ein Häufchen gebildeter Leute übrig, die dann nach den Lehren der Wissenschaft herrlich zu leben beginnen können. Hey, das ist wie das, was bei den Georgia Guidestones steht. Das ist letztens wie schon auch in der Antike gemacht wird. Diese Utopien so von, ja, das ist nur irgendwie die edlen Wissenschaftler regieren. Und dann wird alles besser. Aber es ist so. Die weitestest dann für neun Zehntel ist dann einfach, du bist halt gar kein Mensch mehr. Du bist dann Herde. Ah, aber da stellen sie sogar noch da, wie, hey, ist doch großartig. Wir haben den Menschen wieder zurückgebracht in seine paradiesischen Umstände. Er muss sich nicht mehr Fragen stellen, sondern du bist halt Sklave, du bist halt lowlife. Aber ist doch cool. Du hast kein Problem mehr. Es ist wie das Paradies. Okay, du musst vielleicht auch ein bisschen arbeiten. Kannst du den ganzen Tag nur rumliegen in der Sonne, logisch. Aber so denken die. Und das ist das Krasse. Das ist sozusagen, wie psychologisch diese Mechanismen sind von diesen Gruppen. Das wird aber noch heftiger. Man kann es gar nicht sagen, ja, aber es wird tatsächlich noch heftiger. Mal schauen, dass ich das nicht hier überlese. Ja, hier geht es jetzt weiter. Jetzt spricht wieder jemand von dieser Gruppe halt. Und der sagt, Zitat, da fordert man uns nun auf, durch verschiedene zugesteckte Flugblättchen ausländischen Fabrikats uns zusammenzutun und geheime Gruppen zu bilden. Einzig zu dem Zweck, die allgemeine Zerstörung vorzubereiten. Und dies mit der Begründung, dass die Welt durch teilweisees Herumdoktern doch nicht mehr zu heilen sei. Schnitte man aber in radikalem Vorgehen hundert Millionen Köpfe ab, so könne man nach einer solchen Erleichterung sicherer über den Graben springen. Ein herrlicher Gedanke. Zitat Ende. Wow. Habt ihr das mitbekommen, was der da sagt? Das ist so abgefahren. Ich meine, der bringt diese Idee zum Ausdruck. Und das ist nicht seine Idee, sondern die taucht eben dort auf in Flugblättern, die aus dem Ausland kommen, irgendwelche Kampfschriften und so weiter. Und die sind dann schon so weit, dass die sagen, ey, die Welt ist so kaputt, weil es wieder das Menschenbild und Weltbild ist. Das heißt böse. Der Mensch ist nur so eine triebhafte Natur. Das ist alles so kaputt. Um jetzt die Welt wieder in Ordnung zu bringen, reicht es nicht, da ein bisschen rumzudoktern, sondern es braucht jetzt einen radikalen Schnitt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Schnitt da muss kommen. 100 Millionen Leute steht hier. 100 Millionen Menschen müssen sterben, damit man überhaupt eine Idee hat, das wieder gescheit neu aufzubauen. Wow. Krass. Ey, selbst jetzt, wo ich drüber lese, berührt mich das immer noch. Als ich das das erste Mal gelesen habe, das hat mich erschüttert. Ich habe stundenlang. Krass. Wisst ihr, ich habe früher Geschichte studiert. Und ich habe mich schon in jungen Jahren als Student immer noch auch gefragt, woher kommt eigentlich dieser stalinistische Wahn, so viele Leute zu töten. Ihr kennt das da in den 20er Jahren der Sowjetunion, was da zum Teil ablief in der Ukraine. Die Zahlen sind wirklich enorm. Wir gehen in zweistellige Millionenbereiche. Wenn du das jetzt auf die ganze Welt anguckst, auch chinesische Revolutionen und so weiter. Und ja, auch den Faschismus ziehe ich hier ein. Faschismus ist Nationalsozialismus. Das ist im Grunde genommen, ist es in diesem selben Zweig gewachsen. Das ist auch dieses materialistische, gottlose, rein industrielle Welt- und Menschenbild. Und daraus eine Gesellschaftsform aufbauen. Wenn du dir all diese Systeme anguckst, wie viele Leute die umgelegt haben. Und was ich nie begriffen habe, ist, wie das bei Stalin war, warum töte da echt die eigenen Leute? Ich meine, wenn du jetzt da Millionen von Bauern umbringst oder einfach sterben lässt, indem du denen halt das Saatgut und die Nahrungsmittel wegnimmst, was gewinnst du denn da? Ich habe das nie verstanden. Ich denke mir, wenn du jetzt so ein machtvoller Typ bist, das sind doch deine, wie würde man heute sogar sagen? Deine Assets, das sind doch deine Aktien. Das ist doch dein Kapital, die Leute. Die Bauern, wenn die arbeiten, dann können die wieder Nahrungsmittel produzieren. Dann kannst du wachsen, die kannst du vielleicht verkaufen. Wieso die umbringen? Das habe ich nie verstanden da in jungen Jahren. Ich verstehe aber nicht. Warum macht der das so unlogisch? Als ich das gelesen habe, da habe ich es auf einmal verstanden, was das eigentlich für eine Logik ist. Was für eine, ist pervertiert der richtig ausdrückt? Wie weit das weg ist? Und die Leute sind auch alle gestartet. Freiheit, wir holen Freiheit, weil wir sehen, wie wir unterdrückt werden von Kapitalisten und von damals in Russland, auch vom Zahn und von dieser ganzen Aristokratie. Hey, und Dostoyevskis Bücher sind voll davon. Realismus, der beschreibt es genau. Diese ganze Unterdrückung, ob das in den Städten ist oder die Bauern, das einfache Volk, wie das per man geknechtet wird. Das schreibt es die ganze Zeit. Natürlich muss man es verändern. Aber boah, in was für eine Richtung gehen denn die? Wo denken denn die hin? 100 Millionen Leute muss man töten und die Logik dahinter ist, dass du erst dann sozusagen eine wirklich großartige Veränderung der Menschen in Gesellschaft bewirken kannst, wenn du das Alte komplett zerstörst. Du musst die alte Kultur kaputt machen, alles was Kultur bedeutet, deswegen auch der Kampf gegen Familien und so weiter und Religion, egal was. Du musst die Kultur zerstören und es reicht nicht. 100 Millionen Menschen, und das ist auch nur so als Marge. Es sind halt nur ein bisschen mehr geworden. Das brauchst du, um glaubwürdig diese Revolution zu machen. Hat man letztens auch schon. Letztens hat er auch über rumänische Revolution gesprochen. Da hat auch der eine Typ gesagt, ja, hey, um die Revolution glaubwürdig zu machen, muss halt Blut fließen. Und der Blutzoll, um die komplette Welt umzugestalten, eine neue Weltordnung zu schaffen, der Blutzoll ist halt hier bei Dostoevsky 100 Millionen. Das hat er 1900 gesagt. Da waren aber auch noch viel weniger Menschen auf der Erde gelebt. Aus einer Million ist es vielleicht ein Zehntel oder so gewesen. Krass. Absoluter Hammer. Und diese Logik in sich, wenn du das liest eben, Dostoevsky, dann erschließt sich das. Warum die so denken. Das ist trotzdem falsch. Offensichtlich ist falsch. Aber man kann verstehen, warum. Und hier, sorry, kurzer Exkurs. Erst mal ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen war ich beim Zahnarzt und war in der Praxis gesessen. Und so im Warteraum. Und dann, da ist mir eine Zeitung, habe ich so eine Zeitung gelesen, eine Zeitschrift, Geo. Kennt ihr wahrscheinlich. Geo. Und die hatten, das ist ziemlich aktuell, müsste die aktuelle Ausgabe sein. Da war eine lange Reportage drin über Hongkong. Und da hat so ein Reporter-Team, hat so eine Gruppe begleitet über mehrere Wochen, die halt so richtig in diesem revolutionären Kampf sind in Hongkong. Und die auch richtig krasses Zeug machen. Also die Polizisten töten oder so schwer verletzen, dass die sterben. Also richtig, richtig übel. Und das ist so krass. Was ich gut finde in Geo, dass sie es überhaupt einigermaßen neutral berichten. Das ist ja sonst nicht in den Medien. Sonst ist ja Freiheitskämpfer so. Aber die sind da mitgegangen und dann, hey, puh, schon krass. Wie sind die drauf? Und wenn du den Typen, also diesen jungen Hongkonger Aktivisten, der bereit ist zu töten so. Und der auch bereit ist selber sein Leben zu geben. Ist eh klar. Ich meine, es wird kein gutes Ende geben für den. Das ist ja selbstverständlich. Wenn der gesprochen hat dort, dann hat der dieselbe verdammte Logik gehabt wie hier. Das ist so krass. Das ist wirklich genau diese Logik. Das ist eben dieses dämonische Denken. Steht ja. Da ist was verkehrt. Aber in sich logisch. Der hat das auch gesagt. Ja, der ist dann auch in diesem Ding so weit gekommen, dass er sagt, so argumentiert er ja, wir müssen zerstören. Wir müssen zerstören. Denn nur, wenn wir es komplett zerstören, haben wir überhaupt die Möglichkeit, wirklich einen großen Wechsel zu machen. Alles rumdoktern. Genauso wie es hier auch geschrieben wurde. Alles rumdoktern hilft nichts mehr. Jetzt hilft nur noch ein Cut. Und ein Cut, der Schnitter, das ist das Symbol des Todes. Jetzt müssen halt Leute sterben. Und zwar massiv. Und sowohl Menschen als auch die Kultur. Und so definiert sich auch dieser, man kann nicht mehr Aktivist sagen. Ich meine, das ist ja Terror, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Terrorist. Und das ist die Logik, die dahinter steht. Die ich früher nicht kapiert habe. Ich meine, wie kommst du auf so einen Trip? Aber in sich drin, das ist eben diese dämonische Logik. So wird es das Sajewski nennen. Finde ich total krass, nur um den Bogen so ins Heute zu ziehen. Das ist genau das. Wir müssen Hongkong zerstören. Deswegen zerstören die öffentliche Einrichtungen. Wo man sich fragt, was macht ihr denn? Das ist so eure Stadt. Das ist bescheuert. Aber das ist in sich drin, so diese dämonische Denkweise. Wir müssen alles kaputt machen. Und erst wenn alles kaputt ist, dann haben wir die Hoffnung, wirklich was Neues aufzubauen. Aber hey, das ist dämonisch. Das ist zutiefst verwerflich und gefährlich auch. Vor allem für alle Leute, die noch nicht so denken und sagen, du willst alles kaputt machen. Aber ich stehe mitten im Leben hier. Das ist meine Stadt, mein Land, meine Familie, meine Kinder, meine Freunde. Was willst du hier kaputt machen? Und es geht weit. Es geht letztens sogar, wenn ihr euch erinnert, wo wir mal über diverse zionistische, nein, jüdische Sekten gesprochen haben. Da gibt es auch welche, die dann eben diese alten Traditionen der Religion dann so pervertieren, so umdrehen. Das Gegenteil, dass es nur noch geht zu sündigen, zu zerstören, kaputt zu machen. Also in sich schlüssig. Das ist Dämonik. Dämonische Logik, ja. Das ist, was es ist. Ja, ich hatte aber hier, hatte ich jetzt noch was hier? Ja, vielleicht ganz zum Schluss noch. Also das ist halt wirklich krass. Sie reden halt noch weiter. Gibt es in keinen anderen Möglichkeiten, als diese 100 Millionen Leute umlegen und so. Und nee, es gibt keinen anderen. Nur so geht es. Wenn man sich jetzt überlegt, dass er das in den 1868ern geschrieben hat, dass er das so antizipiert hat. Das ist also da schon klar, aber guck mal, in die Richtung geht der Weg. Und es ist nicht nur so, dass er das antizipiert hat. Es ist dann verdammt nochmal, diese Schriften, die gab es damals. Das waren diese revolutionären Schriften, da stand das drin. Ey, wir müssen die Leute umlegen. Anders kommen wir ja nicht voran. Abschließend vielleicht, und das letzte Zitat aus diesem Buch hier, ist nur ein kurzer Satz. Hier, mein Beste, ist eine neue Religion im Anmarsch, um die alte zu ersetzen. Das bringt es auch nochmal an den Punkt. Das ist eine neue Religion. Diese ganze Moderne und die daraus entwickelten Ideologien und Staatstheorien und so weiter. Im Grunde genommen ist es nur eine neue Religion. Das hat man ja auch bei dem Thema Darwinismus. Erinnert ihr euch an den Darwin-Tempel in London, dieses Museum of Natural History? Das ist wie eine Kirche. Das eine wird durch das neue ersetzt. Aber beides ist falsch. Und beides ist wieder so ein Gedanke Religion für die Herde, irgendwas, wo du die Leute zusammenbringst. Es hat nichts mit Befreiung und so weiter zu tun. Es ist einfach nicht in der Mitte. Das Pendel geht von einem Extrem ins andere. Eine Religion, die ist schlecht, die schaffen wir ab. Am Ende haben wir eine neue geschaffen. Es sind keine besser als vorher. Nur 100 Millionen Menschen weniger. Das ist das Dämonische. Ja, die Dämonen. Ich kann es echt nur empfehlen. Und es ist halt eine Tragödie auch. Es kann nichts Heilsames rauskommen aus so einer Denkweise. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, was Dostoevsky hier darlegt, es ist dieses Dämonische, das ist das, diese Leidenschaften einfach freisetzen. Das ist dieses nicht im Gleichgewicht sein. Versteht ihr? Entweder werden die Triebe des Menschen komplett unterdrückt von der alten Religion, mit Moral und Gebote, bla. Wenn man sie komplett freisetzen will, merkt man aber schnell, das geht so auch nicht. Und dann kommt wieder das Neue, die neue Religion. Aber es ist halt beides nicht in der Mitte. Und so entsteht dämonisches Denken, destruktives Denken. Und dann ist auf einmal die Zerstörung das Programm. Und hey, guckt euch doch die heutige Welt an. Wenn wir es oft nicht verstehen, wie kommt man über drauf? Warum überhaupt dieser Kulturkampf? Was soll denn das eigentlich alles? Warum macht man das? Das ist dämonische Logik. Und wenn du dort selber drinsteckst, erscheint dir das alles sinnvoll und vernünftig. Kommt eins, zwei, zwei, zwei. Ist ja klar, geht nicht anders, müssen wir so machen. It's a dirty job, but we have to do it. Blow it all up. Aber wir Leute, die in der Mitte stehen, die die Welt lieben, das können wir nicht zulassen. Das man einfach dann alles niedermacht, um danach dann vielleicht eine bessere Ordnung aufzubauen. Auch das, weißt du, dieses Schieben in die Zukunft, dieses fast schon Schieben so ins Transzendente, das ist auch so ein alter Trick, wie ihn auch früher die Religionen gehabt haben. Oh, hier auf dieser Erde ist das Leben jammertal. Aber wenn du immer schön brav bist und alle Regeln erfüllst und dich selber maximal unterdrückst, dann kommst du danach in den Himmel. Hey, super. Irgendwo in der Zukunft. Und das ist hier bei diesen ganzen sozialistischen Geschichten, das ist auch nicht anders. Das ist eben auch so ein religiöses Denken. Hey, jetzt ist hier alles schlimm, aber deswegen ist es auch richtig, hier muss man draufhauen und niedermachen. Aber dann, in der Zukunft können wir dann aber die Menschheit befreien. Aber wie willst du die Menschheit so befreien, wenn da null Herz ist, so nur Ration und dann diese kalte Vernunft, die dann dich letztens dazu überzeugt, hey, du musst halt alle umlegen. Ist das Befreiung? In letzter Konsequenz ja, das ist ja dieses Dämonische. Ja, du bist dann befreit. Lebst zwar nicht mehr, aber hey, du bist frei. Und die haben eben auch diese Ideen, und Hitler hatte das genauso wie Stalin und so weiter, diese Idee, einen neuen Menschen zu schaffen. Sogar einen Supermenschen. Aber es geht erst in Zukunft. Erst muss das ganze Alte komplett niedermachen. Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, tut uns leid. Aber dafür, in der Zukunft, haben wir da eine freie Menschheit. Frei vielleicht auch nicht wirklich. Aber sie leben wie ein Paradies. Weil sie müssen sich keine Gedanken mehr machen. Sie haben kein schlechtes Gewissen mehr. Das ist im Grunde genommen so, wie es hier, wenn ihr euch erinnert, Elders Huxley auch beschreibt. Schöne neue Welt. Hey, alles happy. Immer gut. Geht's dir nicht gut? Ja, hier gibt's eine kleine Substanz, dann bist du wieder glücklich. Aber es ist nicht Freiheit. Es ist nicht wahrhaftig. Das ist aber, was den Menschen hervorgehalten wird. In einer fernen Zukunft hätten wir dann was davon. Georgia Guidestones. Das ist ideal. Weißt du, so arkadische Szenen. Wir leben dann alle. Aber die Wahrheit ist für die meisten. Und so wird es hier auch rausgesprungen. Für die meisten ist halt dann einfach kein Bewusstsein mehr da. Du bist halt dann Low-Life-Scum. Sklavenmentalität. Das ist, was da zum Ausdruck kommt. Unglaublich krass. Ich muss echt sagen, das Buch Die Dämonen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Weißt du, wenn du auch noch jung bist. Bei mir ist es auch so. Ich war jetzt nie groß Sozialist. Oder es sind irgendwelche Parteien und so. Aber man möchte Dinge verändern. Und das ist richtig. Ich will auch heute noch Dinge verändern. Aber wir dürfen nicht in dieses dämonische Denken reinrutschen. Weil wenn du das echt konsequent weiterdrückst, unglaublich, wo du dich da wieder findest. Wie dieser junge Typ in Hongkong. Bei dem geht es so schnell. Vor einem halben Jahr. Aber das ist ein braver Student. Hat nie irgendwann was zum Leiden getan. Jetzt ein halbes Jahr später gehört er zu irgendwelchen Todesquadronen. No shit. Das ist halt krass. Dieses dämonische Denken nicht reinfallen, Leute. Wenn wir die Welt verändern, wir werden sie nicht zum Besseren verändern können, wenn wir alles Alte kaputt schlagen. Das wird nicht funktionieren. Das ist dämonisch. Das ist destruktiv. So, jetzt kommen wir zum dritten Buch, was ich euch heute hier vorstellen möchte. Und das gilt vielleicht als der größte Roman von Doroszewski. Es ist sein letztes richtig fettes Buch. Und gilt als das allerbeste. Das heißt, die Brüder Karamassov. Und die Brüder Karamassov ist auch wieder ein Krimi. Um das schmackhaft zu machen. Das ist Action. Das ist ein Krimi. Da geht es um einen Mordfall. Einen Vatermord. Und das ist so stark. Dieses Buch. Weil ich meine, es geht hier auf, boah, wie viele Seiten sind das? 1400 ungefähr? 1300? Das Buch hat so viele Dimensionen. Ich kann die gar nicht alle beschreiben. Es hat so viele philosophische Auseinandersetzungen. Weißt du? Aber letztens geht es auch da wieder um die zentralen Themen. Was ist die menschliche Natur? Was ist das Verhältnis von Mensch zu dem, was man Gott nennt? Zu diesem Beseelten so. Wie kann man das finden? Und auch die eben die Konsequenz. Was ist, wenn du eben nicht so lebst? Wenn du ein Leben führst ohne Halt. Nur aus irgendeinem Kopfglauben heraus. Ob das dann an irgendeine Kirche ist oder an irgendein System. Also diese ganze aufklärerische Gedanke. Wenn du ein kopfloses, ein gottloses, ich würde eher sogar sagen ein herzloses Leben. Wenn du das führst, kreiert sich Leid. Entstehen diese Verstrickungen. Das, was wir vielleicht heute karmische Verstrickungen nennen. Der benutzt natürlich andere Worte. Aber genau er zeigt es auf. Er zeigt es auf. Realismus. Das ist, was Dorstevsky ausmacht. Genau hinschauen. Genau beobachten. Was ist die menschliche Natur? Und welches Verhalten sorgt zu was? Wie kommen wir zur Heilung? Heilung im Sinne von Läuterung. Also eben dieses Erkennen von, wow, ich bin ein Gotteskind. Oder ich bin, wie auch immer. Heute kommt der Begriff Gott recht vieler. So hat Dorstevsky ausgedrückt. Seit 19. Jahrhundert. Er hat das aus seiner Sicht gesehen. Und hier in diesem Brüder Karamassov, da ist eine Episode drin, das ist eine der wichtigsten Episoden der Weltliteratur. Sag nicht nur ich, sagen auch andere. Hier hinten steht das zum Beispiel drauf. Hier Zitat von Sigmund Freud. Die Brüder Karamassov ist der großartigste Roman, der je geschrieben wurde. Die Episode des Großinquisitors, eine der Höchstleistungen der Weltliteratur. Schließe ich mich an. Ey, mit Sigmund Freud bin ich auch nicht in allem auf einer Linie. Aber interessant ist, und deswegen erwähne ich den Namen, warum gerade er hier steht, denn, wenn du Dostoevsky liest und das wirklich verinnerlichst, lernst du mehr über Psychologie, als wenn du da zwei Semester noch eine Psychologie-Vorlesung machst. Wirklich, es geht um die Psychologie. Und eben ein Sigmund Freud hat das auch erkannt. Auch andere große Geister, ein Nietzsche hat da super viel von Dostoevsky gehalten. Weil da lernst du mehr über Psychologie, über Philosophie, über die menschliche Natur, als wenn du dich da irgendwelchen akademischen Kreisen anschließt. Also hier geht es um The Real Stuff. Sehr gut. Und das Buch ist auch großartig, aber ich möchte jetzt auch eben auf diese Episode des Großinquisitors eingehen. Das ist wirklich eine der krassesten Dinge, die ich auch je gelesen habe. Es ist im Grunde genommen eine Geschichte in der Geschichte. In der Geschichte, da sind diese Brüder, es sind insgesamt drei, aber hier zwei Brüder begegnen sich und der eine erzählt dem anderen diese Geschichte. Eine Allegorie. Und das ist die Allegorie vom Großinquisitor. Und der eine Bruder erzählt die dem anderen. Aber es ist sozusagen eine fiktive Geschichte in diesem Roman drin eingebettet. Und die Szenerie ist so 16. Jahrhundert in Sevilla. Das ist so zum Höhepunkt der spanischen Inquisition. Also wo diese spanische, aus Dostoevskis Sicht, auch eben diese westliche katholische Kirche so am Höhepunkt der Macht war und auch weltliche Macht hatte. Der Inquisitor ist auch ein weltlicher Herrscher, ist auch der Fürst von Sevilla. Und das ist so der Rahmen. Und in dieses Sevilla, an einem belebten Markttag, taucht plötzlich Christus auf. Woher, so weiß man nicht. Ist ja nur eine Story, eine Algorie. Aber der taucht plötzlich dort mitten in Sevilla im 16. Jahrhundert auf. Und er ist es. Und alle Leute checken sofort. Die Aura von dem Typen, die Ausstrahlung. Er sagt kein Wort, er ist nur da so. Und die Leute spüren, boah, Christus. Und es geht dann noch voll ab, es geht noch voll Tumulte. Und die Leute drehen alle durch. Bis dann auf einmal der Inquisitor checkt, was ist denn hier los? Was ist denn für eine Unruhe in der Stadt? Unruhe auf dem Marktplatz. Wird ja gleich hell, höre ich. Die Herde ist unruhig. Da werden die Dominikaners, die Hunde des Herrn, die werden dann gleich nervös. Was ist mit der Herde los? Die Herde ist unruhig. Müssen wir gleich die Ohren spitzen. Was geht denn? Und der Inquisitor checkt es, dass da dieser Christus wieder da ist. Und der lässt ihn verhaften. Und lässt ihn dann zu sich bringen. Und dann entsteht ein Dialog, wo der Großinquisitor mit Christus spricht. Im Grunde genommen ist es kein Dialog, es ist eigentlich ein Monolog, weil Christus sagt kein einziges Wort. Der ist ja da, der sagt nichts. Reden tut nur der Großinquisitor. Und das ist sozusagen dieses Kämpfen von den zwei Weltbildern. Christus steht in diesem Dostoyevskischen Bild für Freiheit. Für die Freiheit des Menschen zu entscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch. Diesen Weg gehen. Und der Großinquisitor, der steht für das Weltbild, der Mensch ist böse, der Mensch ist schlecht. Und deswegen muss der Mensch geknechtet werden. Und deswegen müssen wir den in der Herde zusammenhalten. Während Christus sagt, Mensch ist Liebe, Mensch ist Herz. Da geht es wieder ums Herz. Dort ist es alles drin. Kommt in euer Herz und seid frei. Das ist, was Christus lehrt. Und der Großinquisitor das Gegenteil. Er sagt, Mensch ist nicht frei. Wir müssen ihn knechten. Und das kommt hier so ein bisschen zum Tragen. Und ich lese auch hier ein bisschen was vor, weil wir können keine Sendung über Dostoyevsky machen, ohne den Dichter selbst zu Wort kommen zu lassen. Es geht also los in diesem, es geht die ganze Zeit jetzt nur um diesen Dialog. Alles, was ihr mal hört, ist der Inquisitor, der spricht. Und er fängt an, als als mit dem Christus das erste Mal alleine ist. Und da er keine Antwort erhält, fügt er schnell hinzu, Antworte nicht, schweige. Und was könntest du auch sagen? Ich weiß nur allzu gut, was du sagen kannst. Aber du hast nicht einmal das Recht, noch etwas dem hinzuzufügen, was von dir schon damals gesagt worden ist. Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist uns stören gekommen. Das weißt du selbst. Aber weißt du auch, was morgen geschehen wird? Du weißt nicht. Weißt du auch, was morgen geschehen wird? Ich weiß nicht, wer du bist. Und ich will es auch nicht wissen. Bist du es wirklich oder bist du nur sein Ebenbild? Aber morgen noch werde ich dich richten und dich als den Ärgsten aller Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Und dasselbe Volk, das heute noch deine Füße geküsst hat, wird morgen auf einen einzigen Wink meiner Hand zu deinem Scheiterhaufen hinstürzen, um eifrig die glühenden Kohlen zu schüren. Weißt du das? Ich gehe ein bisschen weiter. Diese Geschichte geht in dem Buch vielleicht so 30, 40 Seiten. Kann man sich auch nur als solch, man muss gar nicht den ganzen Roman lesen, ich empfehle euch natürlich, aber den Inquisitor sollte man mal ganz gelesen haben. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen, deswegen gehe ich mal ein bisschen weiter. Aber es ist immer der Inquisitor, der spricht. Jetzt geht es hier weiter. Hast du nicht damals so oft gesagt, ich will euch frei machen? Jetzt hast du sie gesehen, diese freien Menschen, fügte der Greis plötzlich mit zinnenden Spottlächeln hinzu. Ja, die Sache ist uns teuer zu stehen gekommen, fährt er fort, indem er ihn mit strengem Blick ansieht. Aber wir haben das Werk schließlich zu Ende geführt, in deinem Namen. Anderthalb Jahrtausende haben wir uns mit dieser Freiheit abgequält. Doch jetzt ist es überwunden, und zwar endgültig. Du glaubst nicht, dass es endgültig bewältigt ist? Du blickst mich milde an und würdigst mich nicht einmal deines Unwillens? So höre denn, dass gerade jetzt diese Menschen mehr denn je überzeugt sind, vollkommen frei zu sein. Und dabei haben sie doch selber ihre Freiheit zu uns gebracht und sie gehorsam und unterwürfig uns zu Füßen gelegt. Aber das ist unser Werk. Oder war es das, was auch du wolltest? War es diese Freiheit? Ein bisschen weiter blättern. Hier. Denn das Geheimnis des Menschenlebens liegt nicht im bloßen Dasein, sondern im Zweck des Daseins. Ohne eine feste Vorstellung davon, wozu er leben soll, wird der Mensch gar nicht leben wollen. Und er wird sich eher vernichten, als dass er auf Erden leben bliebe. Selbst dann nicht, wenn um ihn herum Brote in Fülle wären. Das ist nun mal so. Aber was ergab sich aus deiner Weigerung? Anstatt die Freiheit der Menschen unter deine Herrschaft zu beugen, hast du sie ihnen noch vergrößert? Oder hattest du vergessen, dass Ruhe und selbst der Tod dem Menschen lieber sind, als freie Wahl in der Erkenntnis von Gut und Böse? Es gibt nichts Verführerisches für den Menschen als die Freiheit seines Gewissens. Aber es gibt auch nichts Quälenderes für ihn. Und siehe, anstatt fester Grundlagen zur Beruhigung des menschlichen Gewissens, ein für allemal, wähltest du alles, was es Seltsames, Zweifelhaftes und Unsicheres gibt. Nahmst du alles, was über die Kräfte der Menschen ging und handelst daher, als liebtest du sie überhaupt nicht. Statt nach dem festen alten Gesetz sollte der Mensch hinfort mit freiem Herzen selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Zitat Ende. Das ist doch krass. Das ist übrigens so, der Großinquisitor, der argumentiert gut. Das ist keineswegs so, dass der Erstgestellte ist nicht so simpel da. Naja, der Großinquisitor ist der Volldepp und wir sind alle für Christus. Das ist nicht so einfach wie heute Hollywood, weißt du, good guy, bad guy. Offensichtlich ist der Großinquisitor die Kraft des Bösen, aber das ist in sich auch, wie es schon bei den Dämonen war, es ist auch eine Vernunft da. Es ist diese dämonische Vernunft. Der argumentiert nicht verkehrt. Und was er halt sagt, und es ist wirklich diese entscheidende Frage, was ist die Natur des Menschen? Der Inquisitor fragt Christus, ey, wenn du den Menschen die Freiheit gibst, belastest du nicht die Menschen damit? Sind nicht die Menschen vielmehr so Herdentiere, und überforderst du sie nicht mit deiner Freiheit? Bringst du sie durcheinander? Haben es die meisten Menschen sogar nicht viel lieber? Sie werden lieber tot, als dass sie selber entscheiden müssen. Hey, du überforderst die Menschen mit deiner Freiheit. Freiheit, du störst diese Welt. Während er, der Inquisitor, halt die Ordnung hält. Wir geben den Menschen klare Anlagen. Du musst das tun, du musst das tun, das darfst du nicht tun, weil die Menschen es selber nicht anders wollen. So sagt es der Inquisitor. Weil die Menschen die Freiheit eigentlich nicht ertragen. Und Christus wiederum steht für das. Freiheit. Die Freiheit im Herzen. Selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Dann merkt dir mal, was für eine große Frontlinie hier ist. Hier geht es echt um die entscheidenden Fragen so. Wie siehst du den Menschen und letztens auch, wie siehst du dich selber so? Willst du dich lieber einreihen in die, oh nee, ey, du musst keine Verantwortung übernehmen. Nicht selber entscheiden. Weil das ist das Nächste, wenn du selbst entscheidest, dann übernimmst du die Verantwortung. Und das, was der Inquisitor sagt, das wäre unmenschlich. Der Mensch ist ein Tier, deswegen kann er keine Verantwortung übernehmen, und deswegen übernehmen wir sie für ihn. Wir, die Herrschaft. Und das muss auch mit der Knute sein, damit der Mensch auch, der muss auch Furcht haben vor den Herrschern, vor den Hunden. Das ist so. Deswegen müssen auch, auch da wieder diese Logis, ab und an auch welche sterben von dem. Ah, hier, zack, Scheiterhaufen. Hier, dann später bei Dämonen, ein, neun Millionen. Es geht auch immer um diese Furcht. Du musst die Leute einschüchtern. Die Erde muss eingeschüchtert sein. Aber eigentlich ist das, was sie lieben. Weil sie sind Sklavenmenschen. Das ist wie der Großinquisitor, das sieht. Was für ein Ego-Trip, auch für ein Macht-Trip. Er selber ist aber nicht Sklavenmensch, oder wie? Er selber ist dann schon hier, kann frei entscheiden und entscheidet sich mal locker. Hey, ich werde der Oberknechter von allen. Das ist halt die Frage. Aber es ist großartig, dieses Ring. Und eben diese, hier der Satz so, die furchtbare Last der Freiheit der Wahl. Und tatsächlich, das ist ja nicht dumm. Das kennen wir alle, oder? Ich meine, die Freiheit der Wahl kann auch eine Last sein. Ah, da muss man sich wieder entscheiden. kann man nicht einfach irgendwas geben, weißt du? Aber das ist so, wenn du frei leben willst, musst du Verantwortung nehmen. Und du hast dann eben die Last der Wahl. Wenn du dich in Sklavenwelt gibst, und glaub mir, es gibt Momente, wo ich auch schwach bin. Also in meinen schwachen Momenten, da denke ich mir auch, oh Mann, wäre es nicht besser, ich hätte irgendwie mein Handwerk, würde meinen Job machen, dann müsste ich mich mit dem ganzen Kram nicht beschäftigen hier, weißt du? Dann könnte ich einfach mein einfaches Ding machen. Kann ich nicht einfach Bäcker sein? Warum bin ich so, wie ich bin? Kennt ihr alle. In früheren Jahren habe ich das öfter gehabt. Aber es geht darum, sich selbst zu erkennen, es geht darum, die Verantwortung wahrzunehmen und das zu sein, was man ist. Und in diesen schwachen Momenten, ja, da glaubt man das auch. Da ist man dann empfänglich für so ein dämonisches Denken. Das ist tatsächlich so. Und das ist auch dieser Mechanismus, der hier bei Dostoevskiver kommt. Ey, wenn die Leute ganz schwach werden, dann sind sie auch noch empfänglicher für das Dämonische. Das ist so, weil wenn du schwach bist, dann in den Momenten, wo dein Leben nicht gut läuft, dann ist man schnell dabei, auch irgendwie an der Freiheit zu zweifeln, daran zu zweifeln, dass es sowas überhaupt gibt und, ah, vielleicht ist doch alles eine Scheiße auf dieser Welt und es ist so. Ich kenne den Punkt auch und viele von euch kennen das auch. Das ist jetzt nicht so einfach offensichtlich, naja, sondern viele werden wahrscheinlich sagen, ja, der große Inquisitor hat doch recht. Man kann auch diese Sicht nachvollziehen und ich kenne die selbst in meinen Schwachmomenten, die allerdings nicht mehr so sind wie früher. Da hat mich halt Indien ziemlich gestärkt. Das ist ja, worum es geht, wenn wir so einen stärken. Weißt du, weil in den Schwachmomenten, da bist du verführbar. Da glaubst du auch diesen Dämonischen oder noch anders gesagt, the devil haunts a hungry man. Also den Schwachen, da kannst du Zugang bekommen. Und dann kommst du auf einmal in so eine destruktive Denkweise, halt ohne Liebe, ohne Liebe und Hochachtung vor den Menschen. Da kommst du hin in den Schwachenmomenten. Und das ist auch der Grund, warum der Inquisitor die Leute immer schwach hält und immer Angst macht und so, weil die müssen schwach bleiben. Die dürfen jetzt gar nicht daran kommen, so selber nachzudenken. Wow. Aber es geht hier noch weiter. Hier sind noch echt ein paar Knüller drin hier. Widerspricht der Inquisitor hier. Du stiegst nicht herab vom Kreuze, als man dir mit Spott und Hohnen zurief. Hey, steig herab vom Kreuze und wir werden glauben, dass du Gottes Sohn bist. Du aber stiegst nicht herab, weil du wiederum den Menschen nicht durch ein Wunder zum Sklaven machen wolltest, weil dich nach freiwilliger und nicht nach durch Wunder erzwungener Liebe verlangte. Dich dürstete nach der Liebe freier Menschen, nicht nach knechtischem Entzücken vor der Macht, die dem Sklaven ein für alle Mal Furcht eingeflößt hat. Aber auch hierin hast du sie gar zu hoch eingeschätzt. Denn Sklaven sind sie, das sage ich dir, wenn sie auch als Empörer geschaffen sind. Blicke um dich und urteile selbst. Da sind nun 15 Jahrhunderte vergangen. Geh hin, sieh sie dir an. Wen hast du bis zu dir empor gehoben? Ich schwöre dir, der Mensch ist schwächer und niedriger geschaffen, als du es von ihm geglaubt hast. Was wieder? Dieser zentrale Punkt, das Weltbild. Wie sieht man das Weltbild? Sklavenmensch oder freier Mensch? Das ist das entscheidende Ding. Wir haben deine Tat verbessert und sie auf dem Wunder, dem Geheimnis und der Autorität aufgebaut. Und die Menschen freuten sich, dass sie wieder wie eine Herde geführt wurden und dass sie von ihren Herzen endlich das ihnen so furchtbare Geschenk, dass ihnen so viel Qual gebracht hat, der genommen wurde. Also eben dieses das Recht, weil im Herzen, was wir haben, eben dieser Kodex zu wissen, was richtig und was falsch ist, wie es Kant genannt hat. Dieses Wissen im Herzen, das ist das Geschenk. Das ist, was Christus gebracht hat. Das wird uns genommen, weil, ey, endlich wieder Herde. Endlich wieder einer, der uns sagt, was du zu tun hast und da muss ich mal selber nachdenken. So beschreibt der große Inquisitor halt die Leute. Und dann, das ist jetzt auch interessant, was jetzt kommt, auch das so ähnlich wie bei Dämonen. Jetzt spricht er hier so, oder jetzt geht es thematisch darum, wenn jetzt die alte Religion abgeschaffen wird und dann eben diese, obwohl er der Inquisitor im 1600 spricht, aber das ist halt Dostoevskis Werk. Wenn jetzt so die alte Religion, wenn wir die über Bord werfen und dann in diesen, in diese Ersatzreligion der Moderne fallen, also eben diese Zügellosigkeit, diese Gottlosigkeit, dieses, dieser Liberalismus, dieses, diese Gewissenlosigkeit, dieses Ego, Ego-Shooting, wenn wir dort hinkommen, dann kreieren wir auch Unheil. Jetzt passt mal auf, was der große Inquisitor dort sagt so, weil das thematisiert er jetzt hier. Oh, es werden noch Jahrhunderte des Unfugs ihres freien Verstandes, ihrer Wissenschaft und Menschenfresserei vergehen. Denn wenn sie ihren babylonischen Turm ohne uns beginnen, werden sie mit der Menschenfresserei enden. Dann aber wird das Tier zu uns herankriechen und es wird uns die Füße lecken und sie mit den blutigen Tränen seiner Augen netzen. Und wir werden uns auf das Tier setzen und den Kelch erheben, auf dem geschrieben steht Geheimnis. Und dann erst, dann erst wird für die Menschen das Reich der Ruhe und des Glücks beginnen. Das ist auch krass. Also auch da, weißt du, ich meine, was er hier beschreibt, es werden noch Jahrhunderte des Unfugs ihres freien Verstandes, ihrer Wissenschaft und Menschenfresserei vergehen. Das ist sozusagen Beschreibung von dem, wo wir stehen. Diese gottlose Gesellschaft eben. Diese Gesellschaft, die vergessen hat, die Identität, von was ist der Mensch eigentlich? Eine seelenlose Gesellschaft ist eben eine Gesellschaft, wo es am Ende Menschenfresserei steht. Und, also, ich meine, Menschenfresserei ist sozusagen das Synonym für das Schlimmste, den schlimmsten Verfall, den wir als Menschen haben können, wenn wir uns irgendwann selbst gegenseitig zerfleischen. Aber das ist sozusagen, wo er davor warnt. Ey, wenn du gottlos in diese Wissenschaft gehst und diesen babylonischen Turm aufbaust und dann kommt am Ende das raus. Ich meine, ey, shit, auch da wieder, das hat er im 19. Jahrhundert geschrieben. Der hat noch nicht gewusst, was da so im 20. Jahrhundert alles passiert oder wo wir heute stehen. Und trotzdem hat er es da schon erkannt. Das geht dann in die Richtung. Nur, dass eben hier die Alternative ist für den großen Inquisitor, also das ist eben diese Dialektik. Es gibt nur entweder das oder das. Was wollt ihr? Entweder wir, die guten Hirten haben schön die Herde zusammen. Ja, müssen vielleicht schon mal den einen oder anderen auf den Scheiterhaufen bringen, damit die auch alle die anderen schön auf Linie bleiben. Das ist das eine. Oder die andere Wahl wäre, hey, wir ziehen uns zurück. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr macht, was ihr wollt, dann kommt eben nur Chaos raus. Babylonischer Turm und am Ende werdet ihr euch alle selber auffressen. Und dann werdet ihr am Ende, wenn ihr richtig im Arsch seid, werdet ihr wieder zurückkommen und sagen, oh, bitte, bitte, lieber Hirte, kümmere dich wieder um mich. Das ist wie der große Inquisitor denkt. Aber beides ist doch nicht richtig. Warum sieht er die Mittel nicht? Wir brauchen den großen Inquisitor nicht. Aber so in dieses reine Ego-Gematsche, das geht auch nicht. Aber ist es denn wirklich unmöglich, für den Menschen auch frei zu sein? Ist das völlig undenkbar? Das ist die Vision, für die ich lebe und für die ich einstehe. Und das ist auch aus meiner Sicht die menschliche Natur. Und das ist aber, was eben die große, große Frage ist. Es geht immer nur darum, Weltbild, Menschenbild. Das ist genau das. Das hätte ich jetzt geben. Ich könnte mal echt weiterlesen. Ich kann euch unbedingt empfehlen, wenigstens. Ich weiß, man hat auch nicht jeder immer die Zeit und so. Aber vielleicht, wenn ihr wirklich mal Einordnung einrichten könnt, dass ihr mal ein bisschen Zeit habt, dann so ein Ding mal komplett durchlesen. Habt keine Angst davor, das ist wirklich nicht unverständlich oder so. Du musst jetzt nicht super gebildet sein, um das zu lesen. Lies einfach, weißt du, do it. Aber selbst wenn ihr nicht die Zeit aufbringt, zieht euch oder beschäftigt euch wenigstens mal mit dieser Episode des Großinquisitors. Tatsächlich wird uns heute leicht gemacht. Es gibt auf YouTube auch, ist der Großinquisitor, das ist auch reingesprochen, also vorgelesen. Es dauert eine Stunde oder anderthalb, das komplette Inquisitor-Story. Hört euch das mal an. Das ist wirklich, das ist eines der wichtigsten Dinge der Weltliteratur, was eben genau da beschreibt, dieses Ring im Verhältnis Mensch-Schöpfung, das sind die elementaren Fragen, das sind genau die Fragen, die uns seit Jahrtausenden beschäftigen. Das sind auch Fragen, die ich hier immer wieder aufwerfe, aus den verschiedensten Aspekten. Auch manches von den alten Stuff, das sind genau diese Fragen. Was ist die Natur des Menschen und warum ist das so wichtig? Weil wir eben alle die Zustände auf der Welt verbessern wollen, aber wir können sie nur dann verbessern. Wenn wir erstmal richtig checken, was der Mensch eigentlich ist und wenn wir eben in diesen modernen Irrglauben fallen, wenn wir wie Yin und Yang von Hörigkeit, von Religion und wir glauben alles und nicken immer nur ab, wenn wir da ins Gegenteil fallen und dann in diese moderne alles ist erlaubt, man kann alles machen, heute kannst du sogar dein Geschlecht wechseln oder was auch immer. Ich meine, das ist, was er damit meint, mit diesem Babylonischen, dieses Verwirren, dieses Chaos. oder wie ein anderer Dichter Shakespeare das beschrieben hat im Midsommernachtstraum. Alle haben eine Maske auf. Keiner weiß, welche Maske er selber auf hat. Du weißt noch nicht mal, wie die anderen dich wahrnehmen, aber du weißt nicht, wer du bist. Du bist nicht an deinem Platz. Jeder ist am falschen Platz. Keiner weiß, wer er selber ist. Keiner weiß, wer der andere ist. Und da gibt es halt dann keine natürliche Ordnung. So halt totales Chaos. Menschenfresserei. Das ist letztens so, das was er da beschreibt. Ja, wir kommen langsam zum Ende und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Dostoevsky nahe bringen. Das wäre mir echt ein persönliches Anliegen. Ich bin auch wirklich richtig froh, dass ich so was machen kann. Also euch jetzt hier Dostoevsky nahe bringen, das ist einfach cool, weil das ist ein lebenslanger Begleiter schon von mir und es ist einfach so unglaublich viel drin. Krass ist halt auch, dass zum Schluss noch, wenn man mal so schaut, wie heute Dostoevsky, wie das aufgenommen wird. Weil so nach all dem, was ich euch beschrieben habe, dürfte klar sein, das hier ist Gift für all diese modernen, für die Vertreter von diesem Modernismus. Für die ist das natürlich Gift. Das müsste ich gerne lesen so. Trotzdem ist es natürlich so, es ist Weltliteratur. Jeder weiß, das ist schon seit über 100 Jahren so und große Geister, wie ich habe es schon erwähnt, Nietzsche und Freud und viele andere haben ja schon auf Dostoevsky hingewiesen. Deswegen ist es offensichtlich ganz gut. Also es ist Teil von unserem literarischen Kanon. Und ich habe mal so ein paar Rezensionen mir durchgelesen, angehört, die jetzt so heute kommen. Und ich sage, ich bin ja so froh, dass ich nicht mehr an der Uni bin, in dieser Denkweise. Da gibt es so von Studenten, also Literaturstudenten, die da auch guten Willens sind und die halt so ähnlich wie uns eins halt auch irgendwie auf YouTube halt irgendwas machen, um Dinge vorzustellen. Und wenn die über Dostoevsky reden, dann sagen, ja, das sind natürlich ganz große Schriftsteller und so. Aber es ist halt so düster. Und das ist alles, was zu denen kommt. Und da habe ich das Gefühl, habt ihr das gar nicht gelesen? Doch, ich glaube schon, die haben es gelesen. Aber es ist halt einfach eben diese Weltbildfrage. Die begreifen gar nicht, was da geschrieben steht. Alles, was die dann da rausziehen, ist zum einen dieser Realismus, von dem ich auch schon gesprochen habe, also wie knallhart der die Zustände beschreibt, wie sie sind und das Leid der Menschen. Und dann aus seiner Abscheu oder seiner Absage zu all diesen westlichen, modernen Ideen, daraus kreieren die halt, naja, das war doch ein ziemlich dummiger Typ. Das ist so wenig froh. Das ist so pessimistisch. So düster. Und das ist völlig falsch. Dann denke ich mir, das ist so traurig. Ihr habt Dostoevsky überhaupt nicht gelesen. Ihr könnt es gar nicht verstehen. Doch, ihr habt es gelesen, aber euch erreicht es nicht. Ihr versteht gar nicht, was der Typ meint. Für euch ist es dann nur irgendwie düster. Dabei ist es überhaupt nicht düster. Denn Dostoevsky gibt immer, und das ist auch der Starke, das ist auch der Starke, er gibt immer in all diesen Büchern, kommt es auch zu diesem, wie schon in der klassischen griechischen Literatur, in der Antike, es kommt immer zu diesem Moment von Katharsis. Boah, jetzt wird es auch wie in der Schule. Katharsis, Läuterung, haben wir draufgeschrieben. Aber das ist wirklich stark. Es kommt immer zu diesem Moment, wo einer von diesen Protagonisten auf einmal erkennt, auf einmal der Vorhang aufgeht. Und der wirklich Gott sieht oder den Spirit sieht oder das große Ganze, das Leben. Das sind so erhabene Momente. Es gibt bei Dostoevsky immer diese Perspektive, weil das im Menschen drin ist. Weil er genauso wie uns ein Menschenliebhaber ist. Der Spirit ist im Menschen drin. Das ist nicht düster. Das ist düster für euch, die hier in der Welt... Also, nicht euch, meine Lieben, das sind zuhörige. Aber es ist für die, die diese komischen Rezensionen machen, für euch, die hier in der Kinderwelt lebt. Für die ist es düster. Ihr könnt euch verstehen, was ihr meint. Weil der hält euch den Spiegel vor und sagt, hey, du lebst da in einem völligen Irrsinn. Aber wenn du selber in diesem Irrsinn drin bist, ja, dann kannst du das nicht erkennen. Da denkst du, was will denn der granddicke alte Mann? Wahrscheinlich ist auch uns eins in so einer Rolle drin. Und deswegen gibt es auch manchmal so, wären auch wir oft angefeindet oder sowas, weil wir halt vielleicht eine gewisse Bequemlichkeit stören. Weil wir Leuten, die in so einer mentalen Hängematte sind, vielleicht mal einen Spiegel vorhalten. Sag mal, guck mal, es gibt auch was anderes. Oh, 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 oh. Und dann, das ist aber düster. Das ist aber gar nicht so lustig. Ja, das ist düster für dich. Für mich nicht. Also, ich meine, klar sind da auch viele dunkle Themen, aber Dostoyevsky an sich, das Werk als düster oder gar pessimistisch abzuschreiben. Das ist ein völliges Missverstehen halt wieder. Aber das noch auch so am Rande, das finde ich halt auch echt so krass. Weil, wie gesagt, ich habe mehrere Sachen so angeschaut und auch Rezensionen gelesen, auch um mich ein bisschen hier vorzubringen und keine von denen kann ich irgendwie brauchen. Ey, ich weiß nicht, das ist mir sicher, ich erzähle das völlig anderes. Aber ich habe das auch gelesen. Aber das ist, wo ich eben bis heute auch noch froh bin, dass ich raus bin aus diesen ganzen Unikram. Weil, ich meine, die interpretieren das so. Und da weiß ich schon wieder, warum ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Was redet ihr denn eigentlich? Es geht um etwas ganz anderes. Aber für euch mag das dann natürlich so ausschauen. Jo, das war jetzt also unser kleiner Kulturbeitrag hier auf Nuviso in Stoner, Frank und Frey. Es ist letztens noch nur ein Einstieg gewesen. Man könnte noch viel mehr sagen. Man könnte noch darauf eingehen, auf die ganze Idee von Pan-Slavismus. Überhaupt diese ganze Idee, die er als, er ist Russe, er steht halt zu dem, was er ist. Er ist Russe. Es ist seine Kultur, es ist sein Volk. Auf diese Bedeutung, die er auch den Russen, sowohl dem russischen Volk, als auch der russischen Orthodoxie, also diese Bedeutung, die er dem beimisst, für die Entwicklung der gesamten Menschheit. Hochinteressante Themen. Spannende Themen. Und auch, wieso ihr habt dazu gekommen, zu dieser großen Trennung, auch darüber habe ich schon mal gesprochen. Erinnert ihr euch noch? Ich meine, wie war es? Wann ist das Christentum so gespalten worden? Das war damals in der Zeit der Kreuzzüge, wo die westlichen Kreuzritter plötzlich hier Konstantinopel überfallen. Und das ist eben, der Osten hat das nie verziehen. Das ist, wo der Bruch war. Und die orthodoxe Kirche hat seitdem eine andere Entwicklung genommen als die Religion hier im Westen. All diese, zu diesen Dingen fühlt sich halt Dostoevsky tief verbunden. Und da könnte man auch viel tiefer reinsteigen. Aber heute nicht mehr. Vor heute habe ich genug geredet. Ich muss jetzt auch mal hier meine Zunge ein wenig wieder ölen. Nicht so viel geredet. Aber ich komme da durch den Schweren. Und kann euch nur empfehlen, beschäftige euch mal mit Dostoevsky. Es ist wirklich, es ist die Medizin. Die wir heute brauchen. Das ist, das ist die Medizin, wirklich eine Alternative bilden. Nein, nicht eine Alternative, sondern die Wahrheit. Das, was jetzt ist, das ist ja der Irrsinn. Das jetzige Ding ist verrückt. Die jetzige Weltsicht. Und zwar schon seit einer geraumer Zeit. Das ist eben auch das Spannende. Ey, der Typ hat das in 19. Jahrhundert schon gesehen. Schon damals konnte man das sehen. Dass der Weg in dieses dämonische, irrsinnige, irrationale, unnatürliche, falsche Denken führt. Und heute leben wir da mittendrin. Und das heißt, es geht nicht darum, dass du auch sie erst eine Alternative ist. Nein, das ist die Wahrheit. Und das System, was uns vorgelebt wird, uns propagiert wird, das ist sozusagen die Alternative. Aber keine besonders gute. Die Alternative zur Wahrheit ist nie besonders gut. Bleibt bei der Wahrheit. Und das heißt nicht, dass wir alles wissen, aber die Wahrheit ist eben, der Mensch ist ein beseeltes Wesen. Die Erde, das Leben, das hat was mit Seele zu tun. Da sind die Dinge miteinander verbunden. Und wenn du das nicht lebst, nicht verstehst, dann kreierst du letzten Endes Unheil. Das ist so das Kernthema von Dostoevsky. Und deswegen ist es so eine wichtige Geschichte in unserer heutigen Zeit, weil wir heute eben, ja, jetzt falle ich schon wieder fast rein, Alternativen brauchen. Nein, nicht Alternativen, aber wir sollten heute diese Dinge, wo Wahrhaftiges ist, das sollten wir stärken. Das sollten wir unser Leben stärken. Egal wo du es findest in deinem Leben, die Dinge, die echt sind, wahrhaftig, gib denen mehr Kraft. Und da ist Dostoevsky halt super Medizin, weil es genau diese Dinge stärkt und kann dir einfach, einfach richtig viel geben. Mir hat es super viel gebracht. Deswegen hoffe ich, dass ein bisschen was bei euch auch an rübergekommen ist von dieser Vibration. Würde mich darüber freuen, auch natürlich, wenn ihr das als Anregung nehmt, darüber auch zu diskutieren. Und am meisten würde es mich freuen, wenn wir dann doch der eine oder andere von euch mal so ein Dostoevsky in die Hand nehmen. Da wäre ich schon happy, weißt du, weil es ist good stuff. Das ist die Medizin, die wir brauchen heutzutage. Jo, damit, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns weiter gewogen, unterstützt uns. Gebt mir auch ein Feedback hier, also wie euch sowas gefallen hat. Es ist nicht, dass ich meine Inhalte jetzt abhängig mache, was euch gefällt oder nicht. Ich mache das, was mir wichtig ist und freue mich aber, wenn es euch gefällt. Und daraus schließe ich dann schon, so, komm, geh mir vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung. Ich meine, da gäbe es auch noch andere. Dostoevsky ist ja nicht der Einzige, sondern es ist halt wirklich einer der größten Denker und Geister, die wir halt in Europa jemals hatten. Vielen Dank jetzt aber für eure Aufmerksamkeit und wo auch immer ihr zuhört. Habt euch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020